Der erste Film unter Paragraphen zeigt einen Prozess am Amtsgericht Kerpen. Der arrogante Richter behandelt die Angeklagte gar nicht wie eine reale Person, sondern verwehrt ihr fast alle strafprozessualen Rechte und verurteilt sie am Ende, ohne sich in der Beweisaufnahme auf die Fakten zu stützen. Doch sein Plan geht nicht auf. In einer Revision wird das Urteil gekippt und, als er sich mit einem Zuschauer anlegt und den später anzeigt, erlebt er sein eigenes Debakel. Auf dem Zeuginnenstuhl wird er mit vielen Fragen konfrontiert, die für ihn peinlich sind und die entlarven, wie arrogant und rechtswidrig seine Verhandlungsführung war. Der Film unter Paragraphen zeigt auch, wie man sich am besten verteidigen kann und welche Rechte ein Angeklagter und eine Angeklagte hat. Das sind gar nicht so wenig. Wer über den Film unter Paragraphen entsetzt war, muss wissen, das geht noch viel schlimmer. Die Justiz selber ist das Verbrechen an der Menschlichkeit. Die Justiz selber ist das Verbrechen an der Menschlichkeit. Die Justiz selber ist das Verbrechen an der Menschlichkeit. Mit Unterparagraphen 2 zeigen wir ein Beispiel aus dem Landgericht Braunschweig. Und das ist dort kein Einzelfall, insbesondere mit der Richterin Petra Bock-Hamel, deren seltsame Verhandlungsführung, von der Gerichtspräsidentin als beeindruckend bezeichnet, eigentlich nichts mehr an Rechten für Angeklagte übrig lässt. Die dürfen in ihren Prozessen gar nichts mehr. Und sich überhaupt zu Wort zu melden, ist schon sowas ähnliches wie Majestätsbeleidigung. Schauen wir also dieser Steigerung jetzt zu. Aufgenommen jeweils mit einem Audiogerät. Und vielen Dank an die Person, die das hingekriegt hat. Fall 1 spielt am 6. März. Es ist die Berufungsverhandlung zu einem Prozess über eine Abseilaktion über der A39 in der Nähe von Wolfsburg. Die erste Instanz hatte vor dem Amtsgericht Helmstedt stattgefunden und war auch selbst recht spektakulär. Die Angeklagten und ihre Laienverteidigis hatten ein kleines Theaterstück zum Parkplatzbau aufgeführt und dann im Prozess war es ziemlich lustig, dass der Nötigungsvorwurf verworfen wurde und stattdessen auf gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gesetzt wurde. Also ganz umgekehrt, wie Gerichte bei anderen Abseilaktionen über Autobahnen handeln. Daran ist schon gut zu sehen, wie willkürlich das alles ist. Vor dem Landgericht Braunschweig fand dann die Berufungsverhandlung statt. Aber sie kam nicht zum Ende, weil in dieser Verhandlung die Richterin derart absurd abging, dass am Ende die Angeklagten im Kerker saßen, zu dem einige Zuschauer auch dort eingesperrt waren und der Prozess nicht mehr weitergeführt werden konnte. Er muss also noch wiederholt werden. Der zweite Fall ist wesentlich belangloser. Bei einer Fahrraddemo ärgerte sich der Polizeichiff von Wolfsburg über einen Mitradelnden und schnauzte ihm aus dem Auto heraus an. Dieser meinte zu ihm, so jedenfalls die Aussage des Polizeibeamten, ach, verweiter Alter! Und das hagelte eine Beleidigungsanzeige. In der ersten Instanz am Amtsgericht Wolfsburg musste die beleidigte Leberwurst gar nicht erscheinen und verurteilt wurde trotzdem. Und da der Angeklagte das nicht auf sich sitzen lassen wollte, kam es auch hier zur Berufung am Landgericht Braunschweig. Diesmal am 22. Mai 2023. In beiden Fällen war die Richterin Bock-Hamel als Vorsitzende Richterin der Strafkammer zuständig. Und in beiden Fällen passierte etwas sehr Ähnliches und völlig Absurdes. Für beide Verhandlungen erließ die Richterin eine Sicherheitsverfügung, die jeden Terrorismusprozess in den Schatten stellte. Voll Kontrolle am Haupteingang, kaum Gepäck kam durch und dann nochmal eine Sonderkontrolle direkt vor dem Verhandlungssaal und im zweiten Fallbeispiel richtig mit Schuhe ausziehen, reingucken, also einer Körperkontrolle bis auf die Haut. Alles wurde weggenommen, was irgendwie nicht zum Prozess dazugehörte. Der Angeklagte durfte nicht einmal seine eigene Strafprozessordnungskommentar mit reinnehmen und auch ein Journalist musste seine Schuhe ausziehen und durfte seine Kamera nicht reinnehmen, obwohl das vorher genehmigt war. Er war ortsbekannt, aber hier zeigte sich, dieses Gericht hat richtig viel Angst, selbst bei einem simplen Beleidigungsprozess. Es befindet sich nach Öffentlichkeit. Wir nehmen jetzt zum Protokoll die Angeklagte, der Angeklagte, der Unerangeklagte, erhoben sich die Aufforderung nicht beim Eintreten des Gerichts. Ich wiederhole die Aufforderung, erheben Sie sich bitte nach wiederholter Aufforderung, erhoben sich die Angeklagten, erhoben sich nicht. Nein, Sie lassen mich ja nicht zu mir kommen. Ich eröffne die Pistole in den... Es ist deutlich zu hören, sie eröffnet das Hauptverfahren. Und das führt gleich zu der ersten Absurdität, denn sie wird später behaupten, das Hauptverfahren noch gar nicht eröffnet zu haben. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn als erstes folgt jetzt eine kleine Aktion und das Gericht rennt panisch auf den Sack. Wir werden Autobahn gebaut. Das war zwar erst der kleine Anfang, aber es folgte jetzt erst mal eine fast 10-minütige Pause. Diese nutzten die Angeklagten für eine weitere Inszenierung. Die Autobahn, die finde ich natürlich eher flopp. Die Autobahn ist weg. Aber so wird bei Juna auch nicht... Die Autobahn ist echt krass. Die Autobahn ist krass. Die Autobahn ist krass. Jetzt geht's hier, das geht in die Autobahn. Top, top, top. Das ist gut. Die Pause wehrte recht lange, aber mittendrin kam einmal die Richterin rein und verkündete, wann es denn weitergehen würde. Sie sagte, wann es weitergehen würde. Offensichtlich war ihr klar, dass es schon begonnen hatte. Sie können gerne fürs Klima kämpfen und machen und tun, aber so ein paar soziale Dinge gibt es und die werden hier auch heute ein. Also mit so Krawall, wenn Leute so auf der Weidegürste kürzen, dann können wir weiter und bis 10 Uhr kann jeder, sie bleiben hier im Saal. Sie können das entscheiden als Zuhörer und ab 10 Uhr mal fast sein. Danach kam das Gericht wieder rein, vorkierte sich wieder über die nicht aufstehenden Leute, sprach dann aber, was völlig korrekt ist, von der Fortsetzung der Hauptverhandlung, um später, als es der Richterin besser passte, zu behaupten, sie hätte das Verfahren noch gar nicht eröffnet. Das Gerichts erhoben sich sämtliche Angeklagte erneut nicht, trotz Aufforderungen. Das gab gar nicht. Ich bitte zu protokollieren. Die Angeklagte gestört durch ihr Zwischenrufe, bevor die Vorsitzende die einleitenden Sätze gesagt hat und verweist auf einen Antrag, den sie gestellt habe. Ich werde jetzt, so sehen Sie die Formalien vor, das ist die Strafprozessordnung, die habe ich nicht gemacht. Vorher darf ich gar nichts empfehlen, weil ich noch nicht meine Sitzung geöffnet habe. Sie geben mir die Gelegenheit, dazu zu nehmen. Anträge können erst empfehlen und bearbeitet werden, wenn eine Sitzung offiziell eröffnet ist und stattfindet. Das stört der Kradl, aber auch durch Zwischenrufe, Sie haben die Sitzung noch gar nicht eröffnet. Auch im zweiten Verfahren, am 22.05. begann die ganze Geschichte mit einer Komik. Ich eröffne die Sitzung in dem Berufungsverfahren und treffe einen angeklagten Dürf. Das ist schlecht. Ihr nehmt bitte zum Protokoll. Bei Eintritt der Kammer stand der Angeklagte am Fenster und schaut aus dem Fenster. Das war schon mal gleich ein echter Bock-Hamel. Sie wird auch später immer noch unglaubliche Kleinigkeiten im Protokoll notieren lassen. Relevante Vorgänge, wie die Versuche, Anträge zu stellen, aber nicht. Interessant ist aber noch, sie erkennt den Angeklagten eindeutig, behauptet nämlich, dass genau der Angeklagte am Fenster steht. Offensichtlich ist er ihr bekannt. Das wird sie später anders darstellen, also lügen. Gerichtsverfahren sind keine Quasselbuden, keine Diskussionsrunden, kein Podium, keine Fischball, sondern eine sehr, sehr ungleiche Art, aneinander vorbeizureden. Für die Angeklagten und die Verteidigung ist das wichtigste Recht, Anträge stellen zu können, und zwar Anträge aller Art. Zum Ablauf des Prozesses, Anträge ganz einfach für eine Pause, ein Fenster zu öffnen, aber auch vor allen Dingen die Anträge, die strafprozessual von Bedeutung sind. Ein scharfes Schwert sind die Beweisanträge. Gegen das Gericht und dessen Voreingenommenheit richtet sich der Befangenheitsantrag. Und manche Anträge müssen zu ganz bestimmten Zeiten gestellt werden. Doch die Richterin Bock-Hamel hat da ihre ganz eigenen Vorstellungen. Sie hat in beiden Verfahren deutlich mitgeteilt, dass es gar kein Recht der Angeklagten gäbe, Anträge zu stellen, sondern nur dann, wenn das Gericht es erlaubt. Und das würde sich auch vorbehalten, wann die Anträge zu stellen sind. Und die Anträge, die nach der Strafprozessordnung zu bestimmten Zeitpunkten gestellt werden müssen, hat es dann auch gar nicht beachtet. Insofern hat das Gericht, dass das Antragsrecht der Angeklagten fast auf null reduziert hat, auch insgesamt faktisch die Rechte der Angeklagten auf null zurückgefahren. Und ich werde zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt die Gelegenheit geben, Anträge zu stellen. Wir werden uns die Anträge anschauen und das wird jetzt nicht sein. Sie kennen die Strafprozessordnung. Ich frage mich mal, vielleicht erklären Sie immer die Strafprozessordnung, dass Anträge erst gestellt werden. Ich kann es nicht ändern. Ich habe die Strafprozessordnung und ich mache die Strafprozessordnung. Dann würde ich da noch einen Antrag anschließen. Und zwar würde ich auch gerne... Das wird gerade noch weiter fortgeführt. Und das Rederecht hat die Vorsitzende. Ich habe einen Antrag, den kann ich die ganze Zeit stellen. Sie brechen die Verhandlungen. Ich stelle gerade einen unaufschiedbaren Antrag. Anträge werden vor der Feststellung der Personalie nicht entgegen. Anträge werden erst dann entgegen, wenn die Vorsitzende erst die Bezüge. Kennen Sie nicht die Strafprozessordnung der Antrag? Sie wollen ja ein ordentliches Verfahren. Ich will vor allem einen Umaufschied beim Antrag stellen. Ich will vor allem einen Umaufschied beim Antrag stellen. Ich versuche einen Antrag zu stellen. Wir nehmen bitte Sie zur Bekäuung. Das ist jetzt auch eine Störung. Ich habe ein Anhörungsrecht. Wenn Sie mir ein Offenungsgeld androhen, dann habe ich das Ganze angehört zu werden. Anträge werden überhaupt erst bestellt und entgegen genommen. Wenn alle Personalien, die auf der Antragsbank sitzen, Personen zu Recht sind. Das sind die Strafprozessordnung. Das war nicht nur eine Falschaussage hinsichtlich der Strafprozessordnung, sondern auch eine Lüge hinsichtlich ihres weiteren Verhaltens. Denn nach der Feststellung der Personalien durfte man natürlich auch keine Anträge stellen. Nach § 344 Absatz 1 Strafprozessordnung gibt es die Ergebnisse des Seriens verstandsbekannten Folgen. Gegen jeden der drei Angeflagten erging am 21.09.21 ein Strafbefehl des Amtsgerichts Helmstedt. Melden muss man sich ja nicht. Wir sind nicht in der Schule. Sonst fliege ich ja in den Kerker, wenn ich was sage. Melden bringt ja gar nichts, weil wir sind nicht in der Schule verletzt. Ich würde gerne aussprechen. Ich würde gerne endlich noch einen Antrag stellen. Ja, aber Sie haben mich vorhin auch nicht ausreden lassen, als ich dabei war, einen Antrag zu stellen. Ja, aber wir waren schon mal an dieser Stelle. Okay. Wir würden gerne Anträge stellen. Es gibt jetzt aber Anträge hier von Seiten der Anträge, der noch nicht in der Schule verletzt. Wo steht das bitte? Auf den Paragraph verlesen bitte. Wo steht das denn drin bitte? Sie werden zu einer geeigneten Stelle und zwar rechtzeitig die Gelegenheit bekommen, Anträge, Besuche und Erklärungen anzubringen. Rechtzeitig. Jetzt nicht. Der Angeklagte erklärt, ein unaufschiebbarer Antrag liegt auf Ihrem Tisch. Soll eine Einlassung zu den Tatvorwürfen abgegeben werden? Wenn du in diesem Gericht bist, dann kriegst du auch nicht ins Protokoll. Soll eine Einlassung zum Tatgeschehen abgegeben werden? Ich möchte gerne hören. Ich muss meinen Scheißantrag, meinen Scheißantrag muss ich... Soll eine Einlassung zum Tatgeschehen abgegeben werden? Das ist meine Frage, ich hätte gerne Antworten. Ja, wir können einmal aufhören, mir hier jetzt recht zu beugen und zu geben. Soll eine Einlassung zum Tatgeschehen abgegeben werden? Zu einem späteren Zeitpunkt, ja. Sie werden zu einem späteren und zwar noch rechtzeitig im Zeitpunkt die Gelegenheit bekommen, antragen. Es ist ein unausschiebbarer Antrag. Dann sage ich, zu einem späteren Zeitpunkt werde ich mich auch zu den Tatvorwürfen erklären. Das ist nun meine Aussage, Herr Köln. Es gibt einen sich zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls häufig verstanden oder unbedingt... Gegebenenfalls, erst mal werden Sie ja abgesagt. ...gegebenenfalls zu den Tatvorwürfen sich einlassen zu wollen. Herr Köln, wie soll es bei Ihnen sein? Möchten Sie eine Einlassung zu den... Zu einem späteren Zeitpunkt würde ich auch eine Einlassung machen. Erstmal würde ich meinen Antrag weiterformulieren, wo Sie mich vorhin unterbrochen hatten. Und zwar beantrage ich die Genehmigung eines Rechtsbeistandes nach § 138 Absatz 2. Möchten Sie eine Einlassung für den Katvorwürfen abgeben? Ja, aber erst möchte ich einen Antrag stellen. Nein. Nehmen wir zu Protokoll, ob er für eine Einlassung zu spät ist. Und gegebenenfalls zu spät ist. Ich nehme jetzt weder Anstieg entgegen noch umgekehrt. Dazu gab es auch einige Pausengespräche, unter anderem mit dem Staatsanwalt. Die Frau Husten hat vorhin gesagt, sie möchte mit all solchen Sachen warten bis zur Personalienvorstellung. Und dann hat sie direkt weitergemacht. Also sie hat wirklich keine Sekunde eingeräumt, um irgendwas zu machen. Also ich bin bisher immer davon ausgedeckt, dass hier im Rechtsstaat vorhanden, aber auch die Aufmögen geführt werden. Leider sehe ich das hier heute nicht überhaupt nicht. Ich bin gespannt, weil irgendwann wird ja im Moment kommen die Anträge, wie denn dann mit umgegangen wird. Ja, Sie können. Und wenn ich dann höre, dass es zu spät ist, weil auf dem Antrag steht, ich wollte in 15 Minuten eine Pause für 15 Minuten. Ja, danke schön. Das wird nicht passieren. Sie werden, auch wenn Sie das wollen, wie wir in Ihres Verfahren ausreichend Leben halten, bekommen die Anliegen, um die Anträge zu stellen. Wir haben keine Anliegen. Nur das Problem ist, so wie Sie es halt machen und so wie Sie es hier so offen sind, so wie die Seite funktioniert. Ja, aber das entscheidet auch nicht darüber, ob die SDPO gilt oder nicht. Und wenn ein Antrag unaufschiebbar ist. Erst als der ganze Prozess vorbei war, durften die Angeklagten ihre Anträge stellen. Das ist natürlich völlig unsinnig, weil der Prozess war da ja schon vorbei. Trotzdem gab es nach Prozessende noch ein zusätzliches Intermezzo. Dabei, und deshalb ist der Beitrag jetzt hier eingespielt, ließ der Angeklagte noch einmal die ganze Geschichte der Antragsablehnung Revue passieren. Herr, möchten Sie einen Antrag stellen? Ja, ja. Ich beantrage die Ablehnung der Vorsitzenden Richterin aufgrund des Verdachts der Befangenheit. Begründung. Richterin Borkhame betrag den Gerichtssaal erstmals mit einer feindseligen Stimmung. Nachdem die Sitzung nach einer lange andauernden Einlasskontrolle mit einer Verzögerung begann, begehrte die Angeklagten, einen Antrag zu stellen. Sie reichte ihn zum Protokoll. Ihr Wunsch wurde untersagt, den Antrag zu stellen. Ebenfalls ich begehrte, einen Antrag zu stellen. Die Vorsitzende sagte, ich könne keine Anträge stellen. Dies begründete sie damit, sie habe die Sitzung noch nicht eröffnet. Nichtsdestotrotz, diktierte sie fortlaufend Dinge im Sitzungsprotokoll. Das spricht dafür, dass sie die Sitzung wohl doch eröffnet hatte. Ich reichte den Antrag schriftlich ein. Dafür wurde ich ermahnt und mir wurden Ordnungsmittel angedroht für das Stellen eines Antrags. Ich beantragte eine Pause, um einen Antrag stellen zu können. Dafür wurde ich ermahnt. Dafür drohte die Vorsitzende mir sinngemäß an, wenn sie jetzt noch einmal etwas sagen, verbringen sie den Rest des Tages in der Haftzelle im Keller bis zum Ende der Haftverhandlung. Die Richterin sagte dann zu mir, und jetzt halten Sie mal den Mund. Auf die Aussage hin kündigte ich an, einen unaufschiebbaren Antrag stellen zu wollen. Diese Ankündigung wurde als Störung ins Sitzungsprotokoll aufgenommen. Ich beantragte schriftlich eine Pause, um den unaufschiebbaren Antrag zu formulieren. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben. Vielmehr wurde mir noch einmal mit Ordnungsmitteln gedroht, solche fortfahrenden Antrags zu stellen, zu begehren. Ich fing daraufhin an, diesen Antrag zu stellen. Da haben wir hier ein Sternchen gemacht. Bei der Feststellung der Personalien und der Verlesung des Urteils lief ich darauf hin, dass ich einen unaufschiebbaren Antrag stellen wolle, der, wie der Name schon sagt, keinen Aufschub gewährt. Auch dafür wurde ich ermahnt. Das Urteil wurde direkt nach Feststellung der Personalien verlesen, obwohl ich einen unaufschiebbaren Antrag stellen wollte. Dass die Richterin Frau Kamer mir so meine strafprozessualen Rechte verwehrt, da ist jetzt irgendwie ein Wort zu viel, da habe ich ja keine Pause gekriegt, und mir wütend androht, Ordnungsmittel zu verhängen, weil sie ich weiter Anträge stellen wollen, die dies letztendlich kommentiert, mithalten sie den Mund, recht den Verdacht der Voreingenommenheit und Unparteilichkeit, also der Befangenheit, die hier gegenüber in diesem Verfahren. Lauterstmachung, Protokoll der Hauptverhandlung, dienstliche Erklärung der Vorsitzenden und Erklärung der ChefInnen. Die Uhrzeit, weil ich erstmal durch dran will, zu verlesen, ist hier notiert. Die Ablehnung des Antragsrechts durch die Richterin ist offensichtlich und durchgehend. Das gibt die Strafprozessordnung in keiner Weise her. Und der Richterin, ist das auch bekannt gewesen, das war gut daran zu sehen, dass sie der Staatsanwaltschaft nicht nur das Recht einräumte, Anträge zu stellen, nein, sie forderte die Staatsanwaltschaft sogar mehrfach auf, Anträge zu stellen. Obwohl sie gegenüber den Angeklagten behauptet hatte, die Strafprozessordnung würde nicht vorsehen, dass man jetzt schon Anträge stellen darf. Die Richterin handelte also nicht nur rechtswidrig, sondern wusste, dass sie rechtswidrig handelte, handelte absichtlich zum Schaden der Angeklagten. Das erfüllt den Straftatbestand der Rechtsbeugung. Und, Herr Staatsanwaltschaft, wir würden den Anträgen stellen. Es gibt jetzt aber Anträge hier von Seiten der... Anträge werden noch nicht entgegelt. Ich gebe den Staatsanwaltschaft gelegenheit zur Stellungnahme. Auch den Angeklagten soll ein Antrag an dieser Stelle gestellt werden. Bislang ist Frau Unentschuldung nicht erschienen, wird ein Antrag auf der Hängelung eines Ordnungsgesetzes gestellt. Herr Staatsanwaltschaft, ich will das. Ja, wir können das ja nicht so... Ich glaube, Frau Fischer hat sich durch diesen Aufruf eine Artikist realisiert und das ist natürlich ein Antrag in der Hängelung auf der Hängelung. Wolltest du ein bisschen lauter reden? Ich habe sie gar nicht... Ich habe gesagt, dass er zwei unterteckt. Dann wartet das, weil dann meine Antwort. Ich würde erstmal eine Beschwerde dazu machen. Es fängt erstmal an, dass es diesen Aufruf zu Protokoll zu haben und dann im Anschluss... Warum darf die Staatsanwaltschaft eigentlich die ganze Zeit so Anträge stellen und ich nicht. Ich habe vor zwei Stunden einen Antrag, einen unaufschiedbaren Antrag, wo das Gesetz es gebietet, dass er unmittelbar gestellt werden muss, habe ich versucht zu stellen. Bis dato konnte ich den nicht stellen. Der Angeklagte wollte einen Antrag verlesen, einen Antrag auf die Hängelung der Vorsitzenden Richterin. Das Gesetz verpflichtet mich dazu, diesen Antrag unmittelbar zu stellen. Wenn er nicht unmittelbar gestellt wird, dann wird er es nicht formgerecht verworfen und somit existiert er einfach nicht. Ich nehme an, Sie beantragen, dass offensichtlich zum Ende der Sitzung festgesetzt wird. Und jetzt gibt es den Staatsanwalt... Und jetzt gibt es den Staatsanwalt... Und jetzt gibt es den Staatsanwalt... Das heißt, dass das Gericht rechtswidrig die in der ersten Instanz schon genehmigte Verteidigung nicht geladen hatte. Das führt dazu, dass der Angeklagte das Recht hat, den Prozess unterbrechen zu lassen, um eine ordnungsgemäße Ladung der Verteidigung zu ermöglichen. Das allerdings setzt einen Antrag voraus. Und er muss nach den Kommentaren zur SDPO gestellt werden, bevor der Angeklagte zur Sache vernommen wird. Also versuchte er, diesen Antrag zu stellen, bevor er von der Richterin befragt wird. Aber genau das führte in das Problem, welches wir ja schon vom ersten Prozess kannten. Ein Angeklagter darf eben keine Anträge stellen, muss es aber nach der SDPO vor der Vernehmung seiner Person. Also kam es an dieser Stelle zum Konflikt. Zu den Personalinnen, Herr Bergstedt. Ich muss die SDPO schreiben... Die ersten, Herr Bergstedt, erstmal... Die SDPO, die SDPO, die SDPO, die SDPO, alles das, was Sie ausführen wollen, dann, wenn Ihnen das Wort erteilt wird, auch ausführen zu können. Aber jetzt werden erstmal Ihre Personalinnen festgestellt. So sieht es die Strafprozessordnung. Ich kenne Ihre Manieren, Sie müssen das nicht machen. Ihre Personalinnen sind Ihre Werkstatt. Die Strafprozessordnung schreibt vor, dass ich diesen Antrag, den ich stellen möchte, vor der Personalien stellen muss. Ich muss diesen Antrag vor den Personalien stellen. Das schreibt die SDPO vor und wir verhandeln hier nach der SDPO. Und ich kann, einen unaufschiebbaren Antrag erstellen zu können, beziehungsweise zu müssen. Nicht unaufschiebbar, sondern der muss... Die Lage eskaliert und auch die Staatsanwaltschaft wird, wie im Hintergrund immer durch Ihre Bemerkung zu hören ist, zur Unterstützung für diese klare Rechtsbeugung. Kann die Staatsanwaltschaft bitte helfen, die SDPO durchzusetzen? Nein, nein, ich muss es jetzt tun. Bitte setzen Sie die SDPO da, ich weiß. Ich möchte diesen Antrag stellen. Wir nehmen zum Protokoll, dass der Antrag nicht bereit ist, seine Personalien... Das stimmt nicht, das ist gelogen. Zum richtigen Zeitpunkt werde ich das tun. Und auch jetzt wieder das gleiche Bild. Der Angeklagte darf keinen Antrag stellen, aber das Gericht fordert die Staatsanwaltschaft auf, Anträge gegen den Angeklagten zu stellen. Der darf das nicht nur, sondern er soll sogar gegen den Angeklagten handeln. Gibt es so eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft? Nein. Die Staatsanwaltschaft werden Anträge bestellt, soll eine Stellungnahme haben. Der darf jetzt natürlich einen Antrag stellen, ist ja klar. Es geht zunächst um die Identitätsstellung. Nein, ich darf diesen Antrag stellen. Und eine Staatsanwaltschaft, die dem Angeklagten auferlegt, mal den Mund zu halten, ist auch eine interessante Einrichtung. Dass der Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt auch bereits darauf hinwies, dass man als Angeklagter aus dem Prozess entfernt werden kann oder sogar eingesperrt werden kann, zeigt auch, die verhandeln offenbar am liebsten unter sich. Ohne Verteidigung und Angeklagten. Geht ja auch einfacher. So sollte es auch kommen. Trotzdem muss ich diesen Antrag stellen. Sie kennen sich in der Strafprozessordnung schon ein bisschen aus. Richtig, im Gegensatz zu Ihnen. Dann müssen Sie ja zunächst mal die Personalien festgestellt haben. Nein. Und ein letztes Mal. Dieser Antrag muss vor den Personalien. Ja, habe ich schon tausendmal gesagt. Hören Sie mir vielleicht einmal zu. Nein, machen wir nicht. Wir handeln nach der SDPO. Ich beanstande die Verhandlungsführung. Ich möchte Ihnen nur eins vorwegnehmen. Herr Werkstatt. 2.38, das darf ich jederzeit. Auch wenn Sie die SDPO nicht. Herr Werkstatt, ich wollte nur Ihnen eine Chance anrufen. Sie können Ihren Berufung jederzeit rücken. Sie brauchen mich jetzt nicht auch noch erpressen. Wollen Sie die Berufung zurücknehmen? Der Angeklagte beanstandet die Verhandlungsleitung mit die Vorsitzende mehrfach als Rechtsbeugung. Das setzen wir mit den Anführungszeichen. Und der Beantrag, Anträge stellen zu dürfen. Zu müssen nach der SDPO. Der Angeklagte geht an, diese Anträge nach der SDPO stellen zu müssen. Zu diesem Zeitpunkt? Nein, zu einem vorherigen Zeitpunkt schon. Und zwar zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise zu einem früheren Zeitpunkt. Wie man gesagt wird, erneut und zuletzt erklärt, dass ihm zu einem späteren Zeitpunkt Gelegenheit gegeben wird, ohne Rechtsverlust. Nein, das ist nicht möglich. Das ist nur bei Befangenheitsanträgen möglich. Ich habe aber hier keinen Befangenheitsantrag. Ich habe einen anderen Antrag. Ich gebe nach § 324 Absatz 1 SDPO den ganzen bisherigen Verfahrens bekannt. Das war zäh. Aber, wie zu hören war, gelang es jetzt erstmals, das Nicht-Stellen-Dürfen eines Antrags ins Protokoll zu bringen. Das erhöhte jetzt die Chance auf eine Revision. Also auf eine Rechtsfehlerüberprüfung, die dieses Verfahren zur Wiederholung bringen würde und dann vor einem anderen Gericht. Das war schon mal ein wichtiger Teilerfolg gegen eine Richterin, die Rechtsbeugung von der ersten bis zur letzten Minute betrieb und dem Angeklagten bisher alle seine Rechte genommen hat. Für den Fall weiterer Störungen. Ich hätte gern weiterer Störungen. Schließe Sie von der Sitzung aus und verhängen auf Ordnungshaft gegen Sie. Das ist jetzt die letzte Anruhe. Ich möchte weiter meinen Antrag vorlesen. Die letzte Anruhe von Ordnungshaft und Störungen. Für den Fall weiterer Störungen und Ausschuss aus der Sitzung wird dem Angeklagten erteilt. Jetzt belebe ich Sie. Ich möchte meinen Antrag vorlesen. Eine Besonderheit im zweiten Prozess und im Zusammenhang mit dem Versuch, Anträge zu stellen, war der Poker um die Personalien. Die Richterin wusste ganz genau, wer davor ihr saß, sprach die Person mehrfach mit Namen an. Aber später, als es darum ging, ihn dann aus dem Verfahren zu werfen und einknasten zu können, da tat sie so, als wenn sie ihn nicht kenne. Zunächst einmal die Passagen, wo sie ihn mehrfach mit Namen anspricht. Wir verhandeln über die guten Funktionen des Angeklagten und der Staatsanwässer im Urteil des Amtsgerichts Wolfsburg vom 25.04.2022, durch das Sie, Herr Bergstedt, wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt worden sind. Ich stelle die Anwesenheit fest, Sie sind erschienen, Jörg Bergstedt, zu den Personalien in Bergstedt. Ich muss die SDPO schreiten, Sie heißen, Herr Bergstedt, erst einmal möchte ich die Personalien und die SDPO feststellen. Belegen Sie, Herr Bergstedt, wenn Sie keine Angaben zu Ihren Personalien machen, dann verstoßen Sie gegen Fall auf 111 Ordnungswidrigkeit. Wir nehmen zum Protokoll. Der Angeklagte verweigert auch einen Inweis der Staatsanwaltschaft, die Angaben seiner Personalien. Die Vorsitzende gibt bekannt, dass zur Identitätsfeststellung erforderlich sei, dass die Personalien bekannt gegeben werden. Der Angeklagte wird gemäß Fall auf 111 Owe gebelehrt. Der Angeklagte wird ermahnt. Das sollte er erneut. Identitätsfeststellung nicht zulassen. Ordnungswidrigkeit verhängt werden können. Bitte halten Sie sich an die SDPO. Nein, Herr Bergstedt. Der Angeklagte unter Brüch die Vorsitzende fortwährend und ist weiter nicht bereit, eine Personalien zu beantragen. Das stimmt nicht. Das habe ich mehrfach anders formuliert. Herr Bergstedt. Ich möchte einen Antrag stellen. Es geht um die Feststellung, um die nach der SDPO, die ich nicht geschrieben habe. Nein, aber auch nicht gelesen. Es könnte ja hier irgendwer sitzen und ich fange einfach an mit dem Verfahren gegen Sie und der sitzt gar nicht in der Werkstatt. Das finden Sie ziemlich wichtig. Trotzdem muss ich diesen Antrag stellen. Sie kennen sich in der Strafprozessordnung schon ein bisschen aus. Richtig, im Gegensatz zu Ihnen. Das ist zunächst mal die Personalien festgestellt. Nein. Dieser Antrag muss vor den Personalien festgestellt. Ja, habe ich schon tausendmal gesagt. Hören Sie mir vielleicht einmal zu. Nein, machen wir nicht. Wir handeln nach der SDPO. Wir machen das nach der SDPO. Das ist weiter nicht bereits an dem Personalien bekannt. Das ist falsch. Sie lügen einfach. Soweit diese ersten Auseinandersetzungen um die Frage von Personalienaufnahme oder den Antrag stellen dürfen. Danach gab es eine Pause und nach der Pause kam die Richterin rein mit einer völlig neuen Variante. Plötzlich tat sie so, als wenn sie den Angeklagten gar nicht mehr kennen würde, obwohl sie ihn vorher stets mit Namen angeredet hatte. Wir haben uns verplatzt. Wir haben uns verplatzt. Wir haben uns verplatzt. Wir haben uns verplatzt. Wir setzen uns auch mit der Angeklagung fort. Wer sind Sie? Ich meine Sie, die Sie dort auf der Anklagebank sitzen. Wer sind Sie? Wir werden an der gleichen Stelle der Strafprozessordnung, die mir vorschreibt, den Antrag. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen, Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen. Diesen Antrag muss ich vor den Personalien verlassen. Beschlossen und verkündet. Vorbeschlossen und verkündet. Bitte ins Protokoll der Angeklagte beantwortet die Frage. Nach seiner Identität erneut nicht. Beschlossen und verkündet. Es wird die Durchsuchung der Personen, die auf der Anklagebank sitzt und ihre Identität nicht preislich angeordnet. Gesucht werden Identifikationspapiere oder andere. Gegenstände oder Schreiben, die auf die Rückschlüsse, auf die Identität der Person zulassen können. Die Durchsuchung soll sofort erfolgen. Die Frage ans Protokoll ist, wie ein Antrag ins Protokoll angenommen worden ist, was wir vor den Antrag anzureichen. So, dann müssen wir den zustecken, dass Sie mal ein Ausweispapier dabei sind. Also, ich möchte zunächst einmal deutlich machen, dass ich eine... Die Durchsuchung ist sofort durchzuführen. Ich beantrage eine Pause für das Stellen eines unaufschiebbaren Antrags. Die Durchsuchung ist sofort durchzuführen. Der Angeklagte erklärt, währenddessen einen unaufschiebbaren Antrag stellen zu wollen. Ihnen wird Gelegenheit gegeben werden, diesen Antrag ohne Rechtsverlust zu einem späteren Zeitpunkt zu stellen. Die Besuchung ist sofort durchzuführen. Sie haben es verdommen. Wir müssen das bitte aufstehen. Und Anfindigung von Anträgen haben keine aufschiebende Hörungen. Wir müssen jetzt ansonsten Zwang anwenden. Sie können das vermeiden, indem Sie einfach aufstehen und ein Ausweispapier aushändigen. Es könnte vermieden werden, indem der Antrag vorliegt. Wir werden jetzt zweimal. Wenn Sie bitte einmal aufstellen, dass Sie in der linken Zuhörerecke zubauen. Was dann, schätze ich mal die Personalien von der Zuhörerin mit dem dunklen Oberteil, dass Sie neben der Zuhörerin mit der Mütze festhalten. Jawohl, eins gleich. Durch wiederholte Zwischenrufe stört. Ich ermahne Sie da hinten, die Zuhörerin, deren Personalien wir gleich feststellen. Für den Wiederholungsfall schmeiße ich Sie raus. Ich stelle hiermit offiziell an die anwesenden Vertreter der Staatsanwaltschaft, der dafür berufen ist, das entgegenzunehmen und entgegennehmen muss, eine Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen die Vorsitzende Richterin Bock-Hammel, da sie absichtlich und wissentlich sich nicht an die Strafprozessordnung handelt. Jetzt stelle ich als nächstes eine Strafanzeige gegenüber der Polizei, die hier anwesend ist und die diese Anzeige entgegennehmen muss. Eine Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen den hier anwesenden Staatsanwalt und eine Anzeige wegen Strafvereignung im Amt, da er sich weigert, eine Strafanzeige gegen die Vorsitzende Richterin entgegenzunehmen. Wir nehmen zu Protokoll, der Angeklagte stellt verschiedene Strafanzeige und zwar gegen die Vorsitzende Richterin, wegen Rechtsbeugung, gegen den anwesenden Staatsanwalt und die Durchsuchendurchführenden durchführenden Beantworten, gegen die habe ich keine Strafanzeige gestellt, tut mir leid, wegen der aus seiner Sicht unzulässigen Durchführung. Wollen Sie sich wieder verletzen? Stehen Sie auf? Ja, ich habe einen Schein. Ich habe einen Anzeige. Ich habe einen Anzeige. Ich habe einen Anzeige. Ich habe einen Anzeige. Gut, dann nehmen wir die Gegenwart. Ich habe einen Anzeige. Ich habe einen Anzeige. Ich habe einen Anzeige. Oh ja, gucken Sie mal meine Prozessunterlagen durch. Das ist genau. Wir nehmen die weiteren Zufrieden. Die Personalien der Zuhörerinnen, die durch wiederholte Zwischenrufe bestätigt hat, werden als Anlage zum Protokoll genommen. Das ist die Ablichtung des Personalauswahls. Ich beantrage zum Protokoll zu nehmen, dass soeben... Haben wir die Personalien der Person festgestellt? Sehr noch nicht. Ich beantrage, zum Protokoll zu nehmen, dass soeben meine Verteidigungsunterlagen durchgeguckt worden sind. Da ich nicht weiß, welche Person hier irgendwas... Nein, Sie haben mich schon zehnmal mit Namen angeleset, ist ja klar. Aber dem wurde dort die Person... Wir nehmen zu Protokoll, dass eine Person aus dem Zuhörerraum männlich aussehend mit langen dunklen Haaren und einem dunklen Setter störende Zwischenrufe äußert. Auch die Personalien wirklich festzustellen. Ich ermahne Sie, sollte einer von Ihnen noch mal stören, zum Beispiel die Rauswahl... Personalausweis. Jawohl. Kann ich den bitte haben? Bei der Person auf der Axtreterbank wird ein bei der Besuchung eines Personalausweis gefunden. Die Morgenlogen nicht diskutieren, Sie haben den Zettel noch mal einen Ausweis... Dieser Personalausweis... ...und das sind Sie, das sehe ich jetzt. Dann lassen wir es halt. Sie wollten, dass wir gucken, ob das Amtsgericht alles richtig gemacht hat. Wenn Sie das hier boykottieren mit Ihren Leuten, dann machen wir es halt nicht. Sie halten sich nicht an die StPO. Die nehmen zu Protokoll das bei der Person gefundene Dokument weist die Personalin Jörg Bergstedt, geboren am 2.07.1964, in Leckjeda aus. Das Dokument wird in Augenschein genommen, wer es sich näher angucken möchte. Und die darauf befindlichen Personalien werden verlesen. Das Dokument wird Herrn Bergstedt wieder ausgeben. Vielen Dank. Als Verteidiger ist niemand entschieden, ganz schön. Als Vertreter der Staatsanwaltschaft, der erste Staatsanwaltschaft Weyland, das habe ich vorhin schon gesagt, die Identitätsfeststellung ist nun mehr erfolgt. Eine schlechte Sitte vor Gericht ist, den Angeklagten am Anfang zu erzählen, dass sie ihre Berufung auch zurückziehen könnten, sonst könnten sie auch höher verurteilt werden. Das ist letztendlich nichts als eine Art Aussageerpressung. Unter Androhung eines empfindlichen Übels werden Angeklagte dazu gebracht, eine Verurteilung hinzunehmen. Für das Gericht sicherlich eine praktische Sache, um viel Arbeit zu sparen, aber am Ende eine unzulässige Drohung gleich zu beginnen. Das ließ Bockhamel natürlich auch nicht aus. Sie haben hier eine Berufung, eine zweite Instanz, das hat die Staatsanwaltschaft begehrt und davon sie begehrt. Und das ist ihr allerguter Recht, dafür gibt es die zweite Instanz, das ist ja alles noch offen. Aber ich erlaube mir an dieser Stelle immer mal einen Hinweis, wie das Ganze aus meiner Sicht gesehen werden könnte. Und vor allen Dingen muss ich Ihnen das Gebiet, meine Fürsorgepflicht Ihnen gegenüber, genau wie bei allen anderen Angeklagten, der Staatsanwaltschaft muss ich das nicht sagen. Warum? Ich weiß nicht, wie weit Sie wissen, falls Sie verurteilt werden, wird das natürlich so ein Berufungsverfahren und das wird teurer. Und wenn ich meinen Job hier mache und das juristisch bewerte, muss ich Ihnen sagen, dass es juristisch schwierig sein wird, davon runterzukommen. Das ist nur ein Hinweis. Und dass es mir in der Seele wehtun würde. Ich meine, das ist ganz ernst, Sie können das kritzig finden oder nicht. Auch Richter meinen Dingen ernst, Sie wollen ernst genommen werden, Sie wollen auch mal authentisch sein. Und es würde mir natürlich wichtig, wenn Sie hier mit Berufungskosten belastet werden, Sie ganz anders ausgehen. Das ist mein ernst gemeinter Ratschlag an Sie, um es zurückzunehmen. Befangener geht ja wohl kaum. Aber eine Bock-Hamel ist derart von sich überzeugt, dass sie selbst eine solche klare Aussage zu Anfang gleich mal raushaut. Einige Wochen später wurde dann der Befangenheitsantrag auch bearbeitet und abgelehnt. Die Richterin, die die Befangenheit der Richterin Bock-Hamel beurteilte, war Bock-Hamel selbst. Sie lehnte den Befangenheitsantrag zu sich selbst ab und begründet das damit, dass diese Drohung, die gleich dazu Anfang kam, keine Befangenheit darstellt, weil... Das sei absolut üblich, so etwas zu sagen. Also wenn Richtis befangen sind, aber das alle und immer, dann ist es wiederum keine Befangenheit. Angeklagte haben grundsätzlich das Recht, sich von Verteidigerinnen ihrer Wahl verteidigen zu lassen. Das klappte im ersten Prozess am 06.03.2023 auch zunächst noch einigermaßen. Aber während des Prozesses wurde dann tatsächlich eine Verteidigerin rausgeworfen. Bloß, weil sie etwas Kritisches sagte. Ja, wir können das gerne so bekommen, aber ich glaube, Frau Föhrer hat sich durch diesen Aufruf, man hat sich diskreditiert und das ist ja nicht in der Praktikin, die wir auch auf der Punkt an der Klinik erzählen. Wolltest du ein bisschen lauere reden? Ich kann nicht sagen, dass der Teil untertegt. Dann wandert das wohl dann beide Antworten. Ich würde erstmal eine Beschwerde dazu machen. Ja. Also fängt erst mal an, dass dieser Aufruf, das Protokoll zu machen, dann im Anschluss... Es ergibt noch der dritte Beschluss zur Benehmigung, dass Frau als Verteidigerin des Angeklagten... Ich hätte dazu gerne erstmal eine Stellungnahme zu dem Antrag. ...dauernde Zwischenrufe hochhalten der Schilder mit Floss oder Klopp, lauter Unmutsäußerung, die ist das Urteil schon verkündet. Eine sachliche Verteidigung ist damit nicht zugegeben. Ich möchte gerne Stellungnahme zu dem Antrag der Staatsanwaltschaft geben, die Verteidigung abzulehnen. Mensch, beachte! Angeklagte und Verteidigung dürfen in diesem Prozess keine Anträge stellen. Aber der Staatsanwalt stellt einen Antrag, die Verteidigung abzusegen. Und der Angeklagte, der davon betroffen ist, darf nicht einmal Stellung beziehen. Da sind alle strafprozessualen Rechte dahin. In der zweiten Verhandlung kam es dann noch viel dicker. Die Frage der Verteidigung wurde zum zentralen Baustein und auch zum Grund dabei, den Angeklagten in den Kerker zu schicken. Am Anfang stellte die Richterin nämlich fest, dass die Verteidigung gar nicht gekommen sei. Ich stelle die Anwesenheit fest, sie sind erschienen, Jörg Bergstepp, als Verteidiger ist niemand erschienen. Das hatte einen einfachen Grund. Das Gericht hat sie nicht geladen. Und das ist ein schwerer Fehler des Gerichts, der unmittelbar und sicher in die Revision führt, also das Verfahren wiederholt werden müsste. Also hatte die Richterin dann auch ein Interesse, das zu vertuschen. Und genau das führt dann in die erste Eskalation. Denn die Strafprozessordnung sieht vor, dass der Angeklagte das Fehlen der Verteidigung gleich am Anfang rügen muss. Sonst verfällt sein Recht, darauf hinzuweisen. Also versuchte er das. Aber das geht bei Bockhamel ja nicht so einfach. Zu den Personalien, Herr Bergstedt. Ich muss die SDPO schreiben. Sie heißen, Herr Bergstedt, erstmal die Personalien und die Kommandien feststellen. Und Sie werden Gelegenheit erhalten, alles das, was Sie ausführen wollen, dann, wenn Ihnen das Wort erteilt wird, auch ausführen zu können. Aber jetzt werden erstmal Ihre Personalien festgestellt. So sieht es die Strafprozessordnung. Ich kenne Ihre Manieren, Sie müssen das nicht machen. Ihre Personalien sind Ihre Verschätzung. Die Strafprozessordnung schreibt vor, dass ich diesen Antrag, den ich stellen möchte, vor der Personalien stellen muss. Ich muss diesen Antrag vor den Personalien stellen. Das schreibt die SDPO vor und wir verhandeln hier nach der SDPO. Und ich bin an einen unaufschiebbaren Antrag. Die weitere Geschichte ist bereits erzählt. Der Antrag konnte nie gestellt werden und, weil der Angeklagte das aber ständig versuchte, landete er in den Kerker. Vorher versuchte er mehrfach, aber erfolglos, das Gericht und auch die Staatsanwaltschaft zur Einhaltung der SDPO zu bewegen. Kann die Staatsanwaltschaft bitte helfen, die SDPO durchzusetzen? Nein, nein, ich muss es jetzt tun. Bitte setzen Sie die SDPO da, ich weiß. Ich ermahne Sie, Herr Berndt. Ich möchte diesen Antrag stellen. Auch an einer Pause versuchte der Angeklagte noch einmal, die Staatsanwaltschaft dafür zu gewinnen, sich für die SDPO und in diesem Fall für das Recht auf eine Verteidigung einzusetzen. Sie kennen das Protokoll vom letzten Mal? Außerhalb der Hauptfragen sprechen Sie nicht an die. Das ist jetzt schon das Gegenteil gewesen. Sie können da im Protokoll vorne nachgucken, dass sich zwei Verteidiger haben. Sie sind nicht geladen worden. Bitte setzen Sie die Strafprozessordnung mit mir zusammen durch. Beteiligen Sie sich nicht an diesen Rechtsbeugungen. Seien Sie einmal Ihrem Beruf adäquat. Sie können dem Protokoll nachgucken. In einer Pause erläuterte der Angeklagte dem Publikum, was Staatsanwaltschaft und Gericht nicht hören wollten. Also ich kann vielleicht so für das Punktikum sagen, es ist tatsächlich so, wenn die Verteidiger nicht geladen worden sind. Ich habe zwei Verteidiger, die sind nicht geladen worden. Und ich muss den Antrag, dass das Verfahren unterbrochen wird und meine Verteidiger geladen werden, vor dem Personal feststellen. Und das ist völlig eindeutig, aber die Frau Bockhame versucht natürlich mit diesen breckigen Tricks zu verhindern, dass sich den Antrag darauf überstellen wird. Und wenn ich Ihnen dann stelle, wenn Sie mir genehmigt, mal zu reden, dann verreist Sie auf die SDP und sagt, Sie haben den leider zu spät gestellt. So geht das viel. Das nennt man Rechtsbeugung. Die Verteidigung nicht zu laden war kein Versehen der Richterin, sondern ihre seltsame Rechtsauffassung. Die hatte sie nämlich schon in dem ersten Prozess am 6. März bekannt gegeben. Nach ihrer Meinung kann ein Verteidiger oder eine Verteidigerin nur sein, wen sie genehmigt hat. Alles, was die Vorinstanz gemacht hat, zählt für Bockhamel nicht. Das ist eindeutig nicht die geltende Rechtslage, sondern Bockhamelsches persönliches Recht. Dann nehme ich an, die zwei Personen, die neben Frauen sitzen, in denen man mit sich verteilt. Das ist meine Verteidigung von der ersten Instanz noch, wir sind bereits zugelassen. Nun, für jedes Verfahren ist eine Verteidigung erneut zurückzulassen, so sieht es nicht auf Prozessordnung. Das geht bei Ihnen. Deshalb möchte ich mal wissen, wie sie heißen wird. Auch im Prozess am 22. Mai vertrat sie diese Auffassung. Noch dazu gepaart mit der Lüge, dass die in der ersten Instanz zugelassenen Verteidigerinnen in der Akte gar nicht erwähnt worden wären. Doch die waren im Protokoll der ersten Instanz eindeutig zu erkennen. Die Tatsache, dass ich unverteidigt bin, liegt an einem Fehler von Ihnen, dass Sie meine Verteidigerin nicht geladen haben. Der Angeklagte, ich beantworte die Frage, ob er Angaben machen möchte, erneut nicht. Und diesmal nehmen Sie meinen Satz nicht auf. Und wirft der Vorsitzende vor, einen bislang in den Akten nicht befindlichen Verteidiger nicht geladen zu haben. Aha, schauen Sie mal aus, in das Protokoll. Als ganz, die Vorsitzende weist darauf hin, dass in jeder Instanz Verteidiger bzw. Privatpersonen, die als Verteidiger genehmigt werden wollen, dies erneut zu beantragen haben. Die Vorsitzende weist darauf hin. Möchten Sie zur Vermeidung von Rechtsfehlern mal Ihren Kommentaren? Die komplette Verweigerung, eine Verteidigung im Prozess zuzulassen, ist der härteste Eingriff in die Angeklagtenrechte. Aber es war nicht der einzige. Wegen der Verwehrung, einen solchen Antrag stellen zu können, weil die Verteidigung fehlte, hat der Angeklagte dann später auch noch versucht, einen Befangenheitsantrag zu stellen. Auch das wurde ihm verwehrt. Nachdem daraufhin eine Pause entstand, erklärt er dem Publikum noch einmal, was das rechtlich bedeutet. Sie weiß halt nicht, welchen anderen Antrag ich stellen will. Und was interessiert Sie auch gar nicht? Wenn Sie gefragt haben, was ist das denn für ein Antrag, den Sie nur reinnehmen, dass Sie den jetzt stellen müssen? Ich hätte das ja gesagt, ich hätte Sie gesehen. Ja, den müssen Sie ja wirklich jetzt stellen. Also einen Antrag, den Sie vergessen haben, meine Verteidiger zu laden, muss man selbstverständlich am Anfang. Jetzt sind Sie hier ohne Verteidigung. Und der Fehler hat das Gericht gemacht. Es steht auch super eindeutig drin, dass ein Verfahren, was so läuft wie dieses, wiederholt werden muss. Es steht zur Revision eindeutig drin, dass das Revisionsgericht keinen Entscheidungsspielraum hat. Die Revision wiederholt muss angeordnet werden, wenn die Verteidigung nicht geladen wurde und das ein Fehler das Gericht hat. Allerdings Voraussetzung ist, dass ich das im Gericht zur Kenntnis bringe. Das ist mit der Haken. Also Sie können jetzt behaupten, ich hätte das ja nicht vorgetragen, was ja stimmt. Deshalb, mein unaufschiedbarer Antrag, das ist ein Befangenheitsantrag, weil sie mir verwehrt hat, darauf hinzuweisen, dass ich kein Verteidiger habe. Und wie unverschiegt das ist. Und ich bin unverteidigter Antrag. Da gibt es eine Fürsorgepflicht des Gerichtes. Aber ausschließlich mit Bedrohungen und Magen und so um sich zu schießen. Und mich mal zu fragen, was wollen Sie denn für einen Antrag stellen. Also charakterlich untastische Schublade. Nachdem in weiteren Phasen der Angeklagte mehrfach vergeblich versucht hatte, seinen Antrag vorzulesen, tut er es einfach. Und was macht das Gericht? Es rennt raus, um sich den nicht anhören zu müssen. Ich muss mich an Ihrem Schauspiel nicht beteiligen. Ich möchte erst mal meinen Antrag stellen, den ich für verlangte stellen würde. Er müsste sich ja an dem Schauspiel nicht beteiligen. Also ich lese den jetzt vor. Antrag auf Unterbrechung bzw. Aussetzung des Verfahrens. Ich beantrage die Unterbrechung bzw. Aussetzung des Verfahrens und ordnungsgemäße Ladung meiner Verteidiger. Durch die unterbliebene Ladung der Verteidiger bin ich unverteidigt. Das stellt eine unzulässige Behinderung meiner Verteidigung dar. Und als Schöfinnen dürfen Sie gerne auch selber denken. Die Richterin rennt aus dem Saal, um den Antrag nicht anhören zu müssen. Denn dieser Antrag würde ihren Prozess gefährden. So macht man das, wenn man richtig konsequent Recht beugen will. Und die Schöffen und Schöfinnen einfach nur blind hinterher. Die Verteidigerinnen gar nicht zu laden, war nur eine besonders extreme Form, die Verteidigung zu torpedieren. Es gab eine Menge weiterer Vorgänge, wie das Gericht versuchte, die Angeklagten oder die Verteidigerinnen am Handeln zu hindern. So durften zum Beispiel im ersten Prozess die Angeklagten keinen Kontakt zueinander aufnehmen während des laufenden Prozesses. Und setzen Sie sich wieder hin. Ich bin hier mit dem Protokoll, dass die Angeklagten während der Ausflug der Vorsitzenden aufstand und sich zum Angeklagten und zu begabt. Vorgang wurde auch gefordert, sich zu unterlassen. Ich drohe Ihnen für die Wiederholungsreisekündigung von Ordnungsgegen an. Und ich wurde für die Wiederholungsreisekündigung von Ordnungsgegen an gedroht. Im zweiten Prozess dann eine andere Schikane. Der Angeklagte hatte sich einen dicken Kommentar zur Strafprozessordnung mitgebracht, aber vergessen, die mit reinzunehmen. Das holte jetzt ein Zuschauer nach und brachte die an den Eingang. Dort wurde, das ist nur ein Buch, dieses dicke Ding allerdings angehalten und sollte nicht in den Gerichtssaal. Daraufhin ging der Angeklagte selbst dort zum Eingang und bat darum, dass er sich seinen Strafprozessordnungskommentar mit reinnehmen kann. Selbstverständlich ist das eine wichtige Unterlage für den Angeklagten. Aber er durfte nicht. Das ist ja besonders schön, wenn ich ihn nicht mit reinigen darf. Guten Tag. Ich kann nicht. Dann entdeckte der Angeklagte, dass die Staatsanwaltschaft sehr wohl ihren Strafprozessordnungskommentar mit reinnehmen durfte. Sagen Sie mal, was haben Sie damit geblieben? Das hätte ich gleiches Recht für alle. Nur manche Menschen haben... Wieso dürfen Sie das mit reinnehmen? Ich erwarte jetzt nicht ernsthaft, dass ich da auch... Nein, ich erwarte eigentlich, dass Sie sich mal ans Recht halten und damit bemühen, dass das Recht hier durchgesetzt wird. Aber dazu sind Sie offensichtlich nicht in der Lage. Trostlos, trostlos. Und Sie sind nicht in der Lage, auf Ihrem Laptop eine StPO aufzunehmen? Doch, aber kein Kommentar. Die StPO habe ich schon. Aber nicht die. Also ich habe das geklärt. Sie dürfen die von außen nicht haben. Oh! Aber hören Sie mir noch zu. Ja. Sie bekommen gleich die von der Vorsitzende. Oh! Ja? Eine vom Gericht. Genau. Auch dieses großzügig wirkende Angebot ist ein typischer Bock-Hamel. Sie macht sich einfach ihr eigenes Recht. Der Angeklagte könnte in seinem eigenen Strafprozessordnungskommentar ja, Lesezeichen, kleine Kommentierungen oder so etwas eingefügt haben. Und das wäre dann in dem Kommentar vom Gericht nicht. Insofern ist er schon benachteiligt. Daran ändert dieses Angebot auch nichts ab und zu mal in dem Buch des Gerichts blättern zu können. Das alles, also die Nichtladung der Verteidigung, das Nichtstellenkönnen von Anträgen und das Nichtbenutzendürfen der eigenen Bücher ist eindeutig eine erhebliche Beschränkung der Verteidigung, also ein absoluter Revisionsgrund. Aber es kam noch viel schlimmer. In beiden Prozessen wurden die Angeklagten von der Richterin, weil sie immer Anträge stellen wollten und das nicht durften, in den Kerker geschickt. Mit der Begründung, sie hätten gestört. Ihre Störungen Anträge stellen wollen, also nach der StPO handelnd. Angeklagte aus ihrem eigenen Prozess zu werfen und ihnen damit die Verteidigungsmöglichkeit vollständig zu nehmen, dürfte das Heftigste sein, was ein Gericht an Einseitigkeit gegen die Angeklagten so verbockhameln kann. Wenn Sie weiter stören, werde ich Maßnahmen ergreifen. Die bei einem wiederholten stören, darin münden Sie nach unten gehen, bis zum Ende der Sitzung in der Zelle bleiben. Also halten Sie mich einfach mal hin. Das ist meine Anordnung jetzt. Anordnung der Vorsitzende. Ich habe einen unaufschiebbaren Antrag zu stellen. Und die Anfrage hierzu, außer von fünf Minuten nicht. Ich bin nicht ruhig. Die Kammer lässt folgenden Beschluss gegen den Angeklagten wird Ordnungshaft bis zum Ende der Sitzung festgesetzt. Außerdem wird aus dem Sitzungsseil entfernt und für den Rest der Hauptverhandlung am heutigen Tag von der Hauptverhandlung ausgeschlossen. Gründe. Im Verlauf der Hauptverhandlung stört es immer wieder trotz Ermahnung, aufstehend, sattverlassend zwischen Ruhe. Wie kann das Gelächter laut der Hauptverhandlung mit Stopp oder Topp? Also ich kann ja nicht glauben, dass die Menschen mit Folgen vollkommen blablabla, blablabla. Trotz mehrfacher nachgeblicher Ermahnung wieder führte sie, und da ließ sie diese Schwierungen nicht. Hiermit hat sich die Angeklagten für eine Weile so gemacht, dass die Grenze zu ungewöhnlich überschritten hat. Paragraf 177 GVG. Es legte gleich ein Nürnungser nach. Paragraf 177 GVG vor, was mit einer Ordnungswaffe in der Angeklagte gemacht hat. Und die Sache mit dem Aufstehen liegt die Gefühle. Also es war, dass es nicht genommen werden, wenn eine beordnete Durchführung der Hauptverhandlung nicht schlecht ist und möglich werden soll, dass es nicht davon ausgesprochen wird, dass es nicht mehr Beeinträchtigung des Anlaufs der Hauptverhandlung ohne die angeordnete Maßnahme vorschauern würde. Ich finde es auch, dass es ganz gut ist, dass die Räume des Direkt in der Angeklagten der Angeklagten zeigt, dass jede Anmahnung noch einen Ruhig von Ordnungshaft einen nachhaltigen Eindruck auf die Angeklagte gemacht hat, sodass probierende Stürungen in der Hauptverhandlung unterbleiben. Solange bei der Angeklagten nahliegenden Gefahr besteht, dass sie sich im Geschehen verhalten wird, ist der Ablauf der Hauptverhandlung in schwergegender Weise beeinträchtigt. Aus diesem Grund ist der Ausschuss aus der Hauptverhandlung auch bei Frau Mannheim bis zum Ende der heutigen Zeitung erforderlich. Die Anwesenheit ist nicht unerlässlich im Sinne des Verwachen § 131 B SIPO und damit Frau Mannheim rechtliche Verhöhung wurde mehrfach durch die Angehung der Ordnungsmittel gewährt. Sie haben vernommen, was die Vorsitzende eben gesagt hat, deswegen bitte ich Sie jetzt aufzustehen. Ich möchte, dass Sie das aufstellen werden. Ich habe noch einmal die Chance selbstständig aufzustehen, ansonsten helfen wir Ihnen beim Aufstehen und dann ist das Ganze aber natürlich nicht in der Form friedlich, wie Sie das vielleicht haben möchten. Die Rauswürfe sind aus einer Vielzahl von Gründen rechtswidrig. Gerichtsverfahren ohne Angeklagte dürfen so ohne weiteres nicht durchgeführt werden. Keine der angeklagten Personen hat allein die Gerichtsverhandlung durchgehend gestört. Das ist ja auch daran zu erkennen, dass die Gerichtsverhandlung zwar schleppend, aber immerhin vorwärts gegangen ist. Außerdem waren die meisten Störungen Versuche, Anträge zu stellen. Das wird in dem Beschluss verschleiert. Unverschämt ist die Behauptung, dass durch die mehrfache Androhung einer Ordnungshaft das rechtliche Gehör gewahrt gewesen sein soll. Rechtliches Gehör behauptet, dass eine Person bei einem Gerichtsbeschluss prinzipiell dazu Stellung nehmen muss. Das wurde mehrfach eingefordert, aber durfte nicht gemacht werden. Allein die Androhung, also dass die Richterin mehrfach geredet hat, schon als rechtliches Gehör für die Betroffenen eines Gerichtsbeschlusses auszulegen, ist ganz schön dreist. Also, dass die Richterin viel redet, sei bereits die Erfüllung dessen, dass auch die Angeklagte reden durften. Aber genau das durften sie ja eben nicht. Von daher ist alles schon rechtswidrig, weil kein rechtliches Gehör gewährt wurde. Das ist ein Grundrecht, interessiert Bockhammel aber nicht. Das ist jetzt auch kein Film, sondern ich habe ein Anhörungsrecht. Ich habe ein Anhörungsrecht. Wenn Sie mir ein Offensgeld androhen, dann habe ich das Recht, angehört zu werden. Ich möchte gerne Stellungnahme zu dem Antrag der Staatsanwaltschaft geben, die Verteidigung abzulehnen. Wenn wir nie unsere Anträge stellen dürfen, die gestellt werden müssen an einem bestimmten Zeitpunkt. Unser Stellungsnamen reicht. Im zweiten Prozess am 22. Mai 2023 ging die Richterin Bockhammel dann zielgerichtet davor. Als sie den Angeklagten ermahnte und ihm androhte, dass er in den Kerker kam, hatte sie den Beschluss, ihn in den Kerker zu werfen, schon vor sich liegen. Sie eskalierte dann zielgerichtet die Situation, um diesen Antrag dann nur noch zu zücken, vorzulesen und den Angeklagten in den Kerker zu werfen. Für den Fall weiterer Störungen schließe Sie von der Sitzung aus und verhängen Ordnungshaft gegen das ist jetzt die letzte Anruhe. Ich möchte weiter meinen Antrag vorlesen. Die letzte Anruhe von Ordnungshaft und Störungen für den Fall weiterer Störungen und Ausschuss aus der Sitzung wird im Angeklagten erteilt. Jetzt belebe ich Sie. Ich möchte meinen Antrag vorlesen. Ich möchte das Kontroll aufnehmen. Es haben keine Erörterungen nach § 202a, § 112 StPO stattgefunden, deren Gegenstand die Möglichkeit einer Verständigung im Sinne von § 257c StPO gewesen sind, und dass solche Verständigungen auch nicht betroffen worden sind. Herr Berkler, ich muss Sie jetzt belehren, es steht Ihnen frei, sich als Angeklagten in diesem Berufungsverfahren zu äußern oder nicht. Sie möchten sich verhalten. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie nach Ihrer Beweisergebung das Recht haben, dazu eine Erklärung abzunehmen, § 157 StPO. Wollen Sie Angaben machen oder wollen Sie keine Angaben machen zu den Vorwürfen aus der Anklage der Staatsanwaltschaft Rauschweig wegen derer Sie, die bereits verurteilt worden sind vom Amtsgericht? Dies soll eine neue Verhandlung sein? Wollen Sie Angaben zum Tatgeschehen, zum vorgeworfenen Tatgeschehen machen? Wie Sie sehen, bin ich immer noch unverteidigt. Meine Frage, wollen Sie Angaben zum Tatgeschehen machen? Wie Sie sehen, habe ich keine Verteidiger. Diese Verteidiger beantwortet die Frage der Vorsitzenden, ob er Angaben zum Tatgeschehen machen möchte. Mit nicht dazu gehörigen Antworten, Klammer auf, wie Sie sehen, bin ich immer noch unverteidigt, in Anführungszeichen. Meine Frage lautet, wollen Sie Angaben machen? Die Tatsache, dass ich unverteidigt bin, liegt an einem Fehler von Ihnen, dass Sie meine Verteidigerin nicht geladen haben. Der Angeklagte beantwortet die Frage, aber Angaben machen möchte erneut nicht. Und diesmal nehmen Sie meinen Satz nicht auf. Und wirft der Vorsitzenden vor, einen bislang in den Akten nicht befindlichen Verteidiger nicht geladen zu haben. Aha, schauen Sie mal in das Protokoll. In jeder Instanz, die Vorsitzende weist darauf hin, dass in jeder Instanz Verteidiger bzw. Privatpersonen, die als Verteidiger genehmigt werden wollen, dies erneut zu beantragen haben. Die Vorsitzende weist darauf hin, Möchten Sie zur Vermeidung von Rechtsfehlern mal Ihren Kommentar geben? Dass eine Genehmigung der Zulassung von hier übrigens heute im Sitzungswahl nicht anwesenden Personen, die als Verteidiger zugelassen werden wollen, hier nicht erfolgt und auch nicht beantragt worden ist. Wollen Sie Angaben zum Tagesordnungspunkt machen? Dieses Verfahren läuft nicht unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten. Meine Verteidigung ist von Ihnen absichtlich hier. Inzwischen stelle ich fest, absichtlich nicht geladen worden. Und damit ist das Verfahren, auch die Staatsanwaltschaft hat das völlig klar und deckt unsere Rechtsbeugung. Jetzt entsteht eine mehrfach absurde Situation. Die Richterin hebt ein offensichtlich schon vorher geschriebenes Blatt Papier hoch und verliest einen Beschluss. Der Beschluss, den Angeklagten in den Kerker zu schicken, ist also schon vorher geschrieben worden und musste jetzt von der Richterin nur noch genommen werden und verlesen werden. Während sie dann die Begründung verliest, wird der Angeklagte schon mal von der Polizei eingegangen und gefesselt. Auch das eine seltsame Vorgehensweise. Ich will nur den Beschluss erst nochmal verbringen. In der Laufe der Hauptwahl stört der Angeklagte von Fickern durch zahlreiche Zwischenrufe dauerndes Verbrechen und weiter den Behrenden der Ausrufungen der Vorsitzenden wiederholte laut Begründungsverkundung in Richtung der Vorsitzenden Ausrufe, die kriminelle Vereinigung hier, das ist ja ein Schauspiel, und liest bislang durch ständige Missachtungsbekundungen in Richtung der richtigen Staatsanwaltschaft einem geordneten Verhandlungsablauf nicht zu. Der Angeklagte versuchte fortwährend, eine Erwartung gleich an den Zuhörern, es muss jetzt gar nicht beantworten. Der Angeklagte versuchte fortwährend, die Vorsitzende zu unterbrechen, Fragen zu stellen, stört weiter und immer wieder durch Zwischenruf und Unmutbegründung, auch als die Vorsitzende für den Fall meint, die Konsequenzen wie den Ausrufung ist. Der Angeklagte versuchte fortwährend, dass die Angeklagte versuchte. Sein gesamtes Verhalten zieht sich darauf ab, den Ablauf der Hauptverhandlung von Anfang an und dauerhaft zu stören und die Justiz bloßzustellen und der Beschluss ist jetzt vollstreckt. So, stehen Sie auf. Wir unterbrechen die Hauptverhandlung. Folgen Sie das, ich sage das einmal, wir legen jetzt Handbesser an, stehen Sie bitte auf, sonst müssen wir hier Zwang anbieten. Wir werden sonst zwangen. Wir sagen das letzte Mal, wir stehen jetzt auf, wir legen Ihnen Handbesser an, sonst müssen wir Zwang anbieten. Also, da tut es ja sowieso wieder auf, weil manche Rechtsscheißen auch, die sind ja selber klar, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Herr Staatsanwalt, was sagen wir dazu? Ich bin Rädchen im System. Ihnen soll ich bestimmt gar nicht. Wir sagen ja nicht. Der Öffentlichkeit. Einmal bitte aufstehen. Einmal amitieren. Und damit ging das Verfahren nicht nur ohne Verteidigung, sondern jetzt auch ohne Angeklagten weiter. Eine wunderbare Situation für die rechtsbeugenden Gerichte und Staatsanwaltschaften, gar keine Gegnerinnen mehr im Gerichtssaal zu haben. So kann man freischalten und walten. Der Angeklagte wurde sogar noch, bevor er eine Einlassung machen konnte, aus dem Gerichtssaal entfernt. Auch das geht nach der SDPO mal schlicht gar nicht. Aber trotzdem, es ging jetzt einfach weiter. Zunächst aber wieder mit einer Pause. Wir nehmen auf, das Eigentum wurde dem Angeklagten nicht mitgegeben. Wir hatten das Laptop einfach zu. Wir müssen erst mal klären, was damit zu tun ist. Ob Sie das mitnehmen dürfen, wissen wir nicht, weil das ja seine Habe ist. Lassen Sie es einfach dort liegen. Ja, danke. Und so ging es dann weiter. Die Richterin zeigte gleich wieder, wie die Angeklagte und Staatsanwaltschaft behandeln würde. Denn wieder wurde die Staatsanwaltschaft explizit aufgefordert, Erklärungen und Anträge abzugeben. Der Angeklagte durfte das bekanntlich ja nie. Die Staatsanwaltschaft hatte bislang noch keine Gegenwart zur Stellungnahme. Auch zum weiteren Verlauf sollen von Seiten der Staatsanwaltschaft irgendwelche Erklärungen abgegeben werden. Nein, wir können die Hauptfallung fortsetzen durch Vernehmung der Zeugung. Die Staatsanwaltschaft erhält die Gegenwart zur Stellungnahme und erklärt, die Hauptfallung solle durch Vernehmung der Zeugung fortgeschüttet werden. Die Staatsanwaltschaft deckt also wieder die rechtswidrigen Entscheidung des Gerichts. Denn das Weiterverhandeln ohne Angeklagten wäre nur zulässig gewesen, wenn es erstens dazu entsprechende Beschlüsse gäbe, dass der fortlaufend stören würde, was ja schon nicht stimmte. Und zweitens, wenn schon der Punkt erreicht gewesen wäre, wo der Angeklagte hätte eine Einlassung machen können. Dieser Punkt war aber nicht erreicht und das Gesetz sagt eindeutig in § 231b der Strafprozessordnung, dem Angeklagten ist in jedem Fall Gelegenheit zu geben, sich zur Anklage zu äußern. Selbst wenn das Gericht argumentieren würde, der Angeklagte hätte ja auch seine Einlassung gestört, dann steht trotzdem eindeutig in den Kommentierungen zu diesem Paragrafen, stört der Angeklagte die Verhandlung auch bei seiner Anhörung, so wird sie abgebrochen. Also nicht fortgesetzt. Von daher ist einfach weitermachen hier eindeutig rechtswidrig, zumal ja auch die Auslegung, dass der Angeklagte einen Antrag stellen wollte, als Störung unzulässig ist. Der Umgang der Richterin Bock-Hamel mit dem Publikum war nicht besser. Im ersten Verfahren erteilte sie nicht nur jede Menge Ermahnungen, sondern schmiss danach dann auch einige Leute aus dem Publikum in den Kerker. Die Zuhörer werden ermahnt, während der Verhandlung nicht zu klatschen. Die Zuhörer und die Angeklagten werden ermahnt, das Klatschen oder das Hochhalten von Schülern während der Verhandlung zu unterlassen. Infolge des Handelns der Angeklagten und der Frau musste die DAB 39 in Prag Richtung Weißbede durch die Polizei vollständig gesperrt werden, was zu einem Stau von mehreren Kilometern längst wird. Ich ermahne Sie, wenn noch einmal jemand von Ihnen klatscht oder schildert, die Zeit werden Sie des Saals verliegen. Wir nehmen die Protokolle. Der Zuhörer mit dem grünen Pullover in der zweiten Reihe und den etwas promilierten Haaren und den Seitensteig in der Zeitung ausgeschreiben. Das wäre in der Ausführung der nur zum ersten Stanzlichen Urteil. Hier neben ihm sitzt die Zuhörerin gekleidet mit einem quadweißen Pullover und einem weinwösen Schal. Das zählt hier nicht. Und einen Schirnbein mit einem ähnlichen Pops-Kniff. Ich kann es von Ihnen nicht genauer erklären. Ich korrigiere Sie mich, wenn das eine bestimmte Bezeichnung hat. Fonny. Ja, Fonny. Fonny. Dann ist das der Fonny, der bei euch steht. Das Stürmer. Das Stürmer. Den wir raus. Und einem gerade geschnittenen Fonny. Ich muss leider immer eine genaue Beschreibung abgeben. Er hat ebenfalls geklatscht während der Ausführungen zum ersten Stanzlichen Urteil. Beide sein Ermahnungsliste unterlassen. Während der Ermahnung sind der Zuhörer mit dem grünen die vor ihm sitzende Zuhörerin in der Schule, ne? Bei dem Zuhörer. Mit dem weißen Schwitzen, kragen und lachen. Und wird ermahnt, während der Ausführungen zu lachen. Die Äußerterei Lachen des Verboten. Und lacht erneut. Die Person, die zuvor den Zuhörer trug. Und nun ja in einem blauen T-Shirt. Sie sind echt alle mit. Aber das bitte nicht in der Gerichtsverhandlung. Ungewöhnliches Verhältnis. Sie kommentiert die Ausführung der Vorsitzenden den gesamten Zeitraum über mit Jachen. Und wird erneut ermahnt, dies zu unterlassen. Und ich ermahne Ihnen zu, als Essen zu bleiben. Letzte Ermahnung. Sonst fliegen Sie raus. Ich werde Sie des Saales verweisen und Sie werden unten wenn Sie das nochmal wiederholen. Ordnungshaft verhängt werden. Das heißt, Sie werden bis zum Ende der Sitzung in Übergangs der Welt werden. Bis in die Rande. Die Zuhörerin mit dem weinroten Sweatshirt wird ermahnt, das Hochhalten von Schildern Klammer auf, sie hatte während der Ausführungen zum ersten und sonstigen Urteil ein Schildklick in Anführungszeichen Flop hochzuhalten zu unterlassen. Ihr wird zu den Wiederholungsweilen der Person das Entfernen aus dem Sitzungsrahmen hier wird auch die Verhängung vom Ordnungshaft angesprochen. Wir gehen weiter zum Protokoll. Hier neben hier sitzt eine Zuhörerin. Es ist nicht mein Gesetz die Strafprozessordnung. Aber das ist auch im GVG drin, glaube ich. Spitzenkragen kommentiert diese Ausführungen mit einem Untergericht mit einem und wird ermahnt. Sie ist unterlassen. Ich ermahne sie hiermit. Auch hier wird die Verhängung von Ordnungsmitteln angebrot für den Berührungsfall. Zwischenzeitlich hält die Zuhörerin mit dem Weißen Sitzungsrahmen und wir machen Zuhörerinnen schräg schräg Zuhörer, ich weiß es ja nicht, warum wir ausdrücklich gebeten haben, die völlig recht und hält ein Schild hoch und auf diesem Schild steht erneut Es wird festgestellt, dass die Zuhörerin bereits mehrfach und auch nachdrücklich ermahnt wurde, dies zu unterlassen. Die Zuhörerin spricht dazwischen. Und der Zuhörerin wird ausgeführt, dass sie mehrfach ermahnt wurde, Störungen und ungewöhnlich zu halten zu unterlassen, unabhängig davon, ob es das Hochhalten eines Schildes oder das Nach-Unden-Zeigen eines Staubs ist oder eindeutig zu lächern. Und jetzt an sie in den weißen Spitzenfragen kommt noch irgendwas, irgendwas. Schild hochhalten, Gelächter, Daumen unterhalten oder irgendwas, was als ungewöhnliches Verhalten einzuspüßen ist. Ich meiste sie raus und verwortet uns auf den Befangen. Ich hoffe, dass sie angekommen. Das ist die letzte Ermachtung. Zuhörerin ist, da sie von der Vorsitzenden Menschen zur Ausrechterhaltung der Ordnung der betroffenen Anordnung nicht Folge geleistet hat, aus dem Sitzungsfall zu entfernen. Sie ist ferner zu Ordnungshast abzuführen und bis zum Ende der heutigen Sitzung in der Haftzelle fest vorhalten. Gründe, sie hat sich in der heutigen Hauptverhandlung eines Unordens schuldig gemacht von 137 TVB, was sie gerade bestätigt durch ihr Verhalten. Sie hat auch mehrfach aus nachdrücklicher Auffahrung der Vorsitzenden und trotz Belehrung über die rechtlichen Folgen ihre störenden Zwischenrufe. Wir stellen die Personalien des Zuhörers der da links vorne fest. Sie sind gemeint. Nee, Sie. So, das war was. Ja, Personalien heißt ja immer, dass man hinterher kommt. Ich möchte bitte Ihre Personalien festgestellt haben. Genau, warum? Wir stellen die Personalien da auch gegen Sie. Ich drohe Ihnen jetzt an für den Wiederholungsfall, dass auch Sie aus dem Sitzungsfall entfernt werden, weil auch Sie die Sitzung durch laute Unmutrufe hier dauerhaft stören. Ich ermahne Sie ein letztes Mal. Ich ermahne Sie ein letztes Mal, es wird hier nicht diskutiert. Wenn Sie nicht Klappe halten und da hinten ruhig sitzen bleiben, werden Sie auch aus dem Saal entfernt. Die Hauptverhandlung ist ungestört durchstören. Und das gilt jetzt für jeden Einzelnen, der da hinten sitzt. Und da bekommt noch irgendetwas Störendes aus dem Führerraum. Und wir können die Verhandlungen nicht durchführen, die eigentlich die Angeklagten verdient hätten, einen ordnungsgemäßen Prozess. Vor allem das Stellt von Anträgen hätten wir meiner Meinung nach verdient. Und ich begründe das bei jedem Einzelnen so. Jeder Einzelne, der bisher gestört hat, wird ermahnt. So, die Dame da hinten, von der die Äußerung kam, bekommt auch mal eine gesonderte Ermahnung als allerletzte Aufforderung. Die Dame letztes Mal, sie habe ich so oft ermahnt. Die Personalien von der Dame hier wurden geschlagen. Ja, ich bin schon gerne. Warte, warte, ich will es nicht. Das ist die Personalien mit der Warte. Mit dem weißen Hemdtragen ist das die Dame. Ja, hatten Sie vorhin an und seit dem Schaden. ich will ja annehmen, auch aus dem Zeit zum Herrn. Rechtszeugung ist das, was Sie hier tun, nichts anderes. Da geht der Kammer bis die Zuhörerin. ist, da Sie die von der Vorsitzenden für Aufrechterhaltung der Ordnung ist, davon ab. Und soll gleich das Verkauf nicht entfernen, die Sender zur Öffnung abzuführen und bis zum Ende der heutigen Zeit innerhalb der Fest zu halten. Das gründet, ist, das dass ein ordnungsschulischer Applaus wird verhandelt ohne die Vollstreckung der Ordnungshabt für die Dauer der heutigen Besitzung. Wenig überraschend ging die Richterin Bock-Hamel auch in dem anderen Prozess hart gegen das Publikum vor. Es wird festgestellt, dass aus dem Zuhörer-Saal eine Person, die auf die Frage, ob sie Frau mal etwas unverständliches vor sich nicht korrekt beziehungsweise die Frage nicht korrekt beantwortet und deren Personalien wird festgestellt werden mit einem ockerfarbenen Pullover die Ausführung der Vorsitzende mit Lachen quittiert. Ich ermahne Sie, sollten Sie weit verstören durch Lachen oder Unmut Äußerungen können Ordnungsmaßnahmen gegen sie verhängt werden. Die Vorsitzende spricht eine Ermahnung aus. Und jetzt kühlen wir uns noch ein bisschen ab und unterbrechen für fünf Minuten. Das ist ganz wirklich aus. Das Publikum lacht, weil es auch das schon kennt als typischen Bockhamel. Immer ein bisschen draufhauen und dann erstmal für ein paar Minuten in den Nebenraum fliegen. Sie haben nichts falsch verbrochen? Die alte Zweifel? Wir setzen unterbrochen auf Hand vor. Wir haben zwei Beschlüsse der Zuhörer. Da er von der Vorsitzende zur Aufrechte der Ordnung betroffenen Abend auch noch nicht Folge geleistet hat, aus dem Sitzungsseil zu entfernen, erst ferner zur Ordnungshaft abzuführen bis zum Ende der heutigen Sitzung nach Fest, was natürlich gilt, auch dann, wenn er wieder erscheint. Gründe hat sich in der heutigen Aufhandlung eines Ungehorsams schuldig gemacht, aber auf 177 GVG. Er hat auch mehrfache nachsüchtige Aufforderung der Vorsitzenden, dass die Haupthandlung andauernd störende verhalten, laute Unmut bekundung, störende, laute Zwischenbesprechungen mit dem Angeklassen, lautes Gelächter, abfällige Gesten fortwerden, laute Zwischenrufe und Zwischenfragen jeweils zu unterlassen, trotz Belehrung über die rechtlichen Folgen weiter bestörende entsprechende Handlung nicht unterlassen und deutlich gemacht, dass es ihn durch seine Anwesenheit ausschließlich darum ging, die Verhandlung zu stören. Dieses provokative Verhalten des Zuhörers stellt ein nachhaltigen Ungehorsam dar, der neben der Entfernung aus dem Sitzung kann, die Anordnung von Ordnungshaft für die heutigen Sitzung erfordert. Die Ordnungshaft ist vor zu vollstrecken. Der Beschluss wird als ist, da sie von der Vorsitzenden zur Aufregung der Ordnung betroffenen Anordnung nicht vorgegeleistet hat, Ordnungshaft zu entfernen, sie ist ferner zur Ordnungshaft abzuführen und bis zum Ende der heutigen Sitzung festzuhalten. Das gilt auch, wenn sie wieder erscheinen sollte. Ich sehe sie hier gerade nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. Frau Stauffenberg ist der heutige Aufbeinigung eines Ungehorsam schuldig. Das ist der andere schuldig. Das selbe Spiel wie letztes Mal ein bisschen wechseln. Ich will den Beschluss verkünden. § 177 GVG hat auch mehrfach nachdrückliche Auffahrung der Vorsitzenden, dass die Hauptmann andauernd störende Verhalten laut Unmut bekunden, lautes Lachen störende laute Zwischenrufe abfällige Gesten vorzuhören die Zwischenrufe und Zwischenfragen hat sie in Hamburg nicht unterlassen deutlich gemacht, dass es ihr durch ihre Anwesenheit ausschließlich darum ging die Verhandlungen zu stören. Dieses kommunikative Verhalten der Zuhörerin stellt einen nachhaltigen Unwohrsang dar. Der Leben der Entfernung aus der Sitzung sei die Anordnung von Ordnungshaft für die Dauer der heutigen Sitzung erfordert. Die Ordnungshaft ist sofort zu vollstrecken. Bitte das Ausdrucken. Bitte das Ausdrucken. Bitte das Ausdrucken. Ausdrucken. Das ständige Notieren kleinster Vergehen oder Verhaltensweisen diente ohne Frage immer der Ermahnung und dann der Verhängung von Ordnungsstrafen sowohl gegen Angeklagte wie auch gegen Publikum. Aber es war insgesamt auch bemerkenswert welchen Kleinscheiß die Richterin Bock-Hamel ständig im Protokoll notieren ließ während sie Anträge der Angeklagten auf Protokollierung ja stets zurückwies. Das Protokoll war am Ende voll von solchen Bemerkungen über kleinste Vorgänge aus dem Gerichtssaal aber es verschwieg die Antragstellungen und alle möglichen Versuche der Angeklagten sich im Gericht zur Wehr zu setzen Wir nehmen bitte zum Protokoll Herr wird Papierklügel kennst den Zögen durch und wird ermahnt nicht hinterlassen antwortet Herr mit einem fast singenden Okay Er nimmt zum Protokoll dass die Zuhörerin wie zuvor ein wein ritten Pullover nunmehr die Haare nach hinten und ein los D-Cent Trinken in die Mitte zu Protokoll aber Im zweiten Prozess fiel dann vor allen Dingen die Eingangsprotokollierung am meisten auf die ist irgendwie so schön dass wir sie hier nochmal wiederholen Dann noch zwei Besonderheiten jeweils eine aus den beiden Prozessen Im zweiten Prozess versuchte das Gericht den Anklagevorwurf zu erweitern und verweigerte dann dem Angeklagten das daraus resultierende Recht Im Angeklagten wird zunächst nach § 265 STPO der rechtliche Hinweise erteilt dass auch eine Verurteilung wegen Beleidigung gemäß § 185 STGB in Tatreinheit mit übler Nachrede gemäß § 186 STGB in Betracht kommt § 186 STGB wird verlesen Übel Nachrede Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzubürdigen geeignet ist wird wenn er nicht die Tat erweislich war ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und wenn die Tat öffentlich in einer Versammlung oder der Stabbreiten eines Inhalts Vergangen das mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe und Straf Der Hintergrund des rechtlichen Hinweises wird erörtert dazu die Anmerkung wenn eine einheitliche Kundgebung das ist alles die vorläufige Bewertung oder eine vorläufige Einschätzung oder eine vorläufige Ausführung zu diesem rechtlichen Hinweis das kann sich alles durch die Aufnahmen noch ändern aber derzeit nach Aktenlage ist das eben so einzuschätzen dass eine einheitliche Kundgebung die Behauptung ehrenrühriger Tatsachen und zugleich davon eine davon verschiedene formale Beleidigung vorgelegt haben könnten oder oder das so sehen könnte dass eine möglicherweise beleidigende ob die Äußerung E Alter eine Beleidigung ist ist nicht durchaus nicht unzweifelhaft das ist durchaus zu würdigen es kommt auf die Gesamtsituation an Rechtsprechung ist da durchaus ambivalent hinsichtlich Äußerungen die im allgemeinen Sprachgebrauch schon so verwandt werden ohne dass sie unbedingt Beleidigungen Charakter immer haben dazu gehört Alter sicherlich es kommt aber auf den Zusammenhang insgesamt an auf die Gesamtumstände dazu müssen wir Herrn Gasi und den anderen Zeugen hören und dazu müssen wir uns auch den anderen Karten anhören wir werden dann als Kammer zu entscheiden haben ob die Äußerung Alter hier geleidigen Charakter hatte aber der rechtliche Hinweis geht eben in eine andere Richtung und zwar in die Äußerungen die wenn sie denn so gefallen sind das Amtsgericht auch festgestellt hat das macht die Polizei immer die verschwören sich immer gleich holen sie nicht hier raus guckt euch das an die lügen immer Polizei lügt immer das könnte eine Tat einheitlich oder eben auch nur wenn man in Alter keine Beleidigung sehen würde übel Nachrede nach § 186 sein nämlich eine Kundgebung nach dem Willen wenn es denn hier so zu werten wäre was wir noch nicht wissen nach dem Willen eines Täters allgemein gesagt die sowohl Dritten als auch einem Beleidigten gegenüber selbst zugeben soll da ist dann tateinheitlich wenn denn in Alter ein Beleidigung geben sollte tateinheitlich ich gebe sämtlichen Beteiligten die Gelegenheit zur Stellungnahme möchten Sie dazu eine Stellungnahme abgeben Herr Bergstedt also wenn es für die Ausdehnung des Anklagevorwurfs kommt mache ich von meinem Recht Gebrauch nach der Strafprozessordnung die auch im Landgerichtsbezirk Braunschweig gilt auch wenn Sie das nicht glauben die Verhandlung auszusetzen vielleicht lesen Sie dann Sie haben dann Zeit mal die StPO zu lesen das würde helfen die unterbrechen mal fünf Minuten wir holen mal eine StPO damit ich dem Angeklag mal was vorlesen kann das Gericht verschwand und kehrte erst nach einer ziemlich langen Zeit wieder hatte Bock Hamel wirklich nach einem solchen Paragrafen gesucht nun sie wird ihn nicht gefunden haben denn es gab ihn nicht und das war nach der Pause dann auch sichtbar weil sie nicht wie angekündigt dem Angeklagten etwas vorlas es gab nichts vorzulesen der Angeklagte hatte Recht dann ging es wieder weiter im übrigen jedes mal damit dass ein Teil des Publikums aufstand wenn das Gericht in den Saal ging dafür gibt es gar keine Rechtsgrundlage aber der Hintergrund war dass um die Zahl des Publikums zu verringern etliche Stühle an Justizangestellte oder Angehörige vergeben waren die dort gelangweilt herum saßen um dem Publikum Plätze wegzunehmen es gab nämlich nur recht wenig Sitzplätze und so konnte das aufmüpfige Publikum überwiegend draußen gehalten werden haben den Antrag auf Aussetzung und Protokoll beschlossen und verkündet es ergibt eigentlich den Entschluss der Antrag auf Aussetzung wird abgelehnt Voraussetzung des Aussetzungsanspruchs eine Veränderung der Rechtslage infolge Vortretens neuer Tatsachen oder neuer tatsächlicher Fältnis ich wollte Ihnen eigentlich erst entsprechen das wäre auch besser wenn Sie es nicht tun nicht der Anklageschrift dem Eröffnungsbeschluss oder einer früheren Verhandlung entnehmen konnte hier hat sich der Sachverhalt nicht geändert nicht wenn das Tatgericht aus dem unverändert gegebenen Tatsachen Material oder Sachverhalt ledig an Schlussfolgerungen zieht oder Feststellung trifft derart neu hervorgetreten Umstände die eine Aussetzung rechtfertigen würden liegen hier nicht vor dem Schluss wird als Anwalt zum Protokoll genommen zur Erklärung wenn der Sachverhalt der in der Amtlageschrift und hier ja auch im ersten 20. Urteil und ein Gericht daraus andere rechtliche Schlussfolgerungen zieht ohne dass wie gesagt Tatsachen neu hinzukommen dann liegt nicht eine Lage vor die nach 265 oder nach dem Hinweis nach 265 dann eine Aussetzung rechtfertigt wir machen dann weiter und ja das gelogen wird wir erinnern uns vor der Pause hatte die Richterin noch groß angekündigt jetzt dem Angeklagten mal einen Paragrafen vorlesen zu wollen nach der Pause hatte sie sich umentschieden und das hat einen ganz einfachen Grund offensichtlich hat sie mal den Paragrafen reingeguckt und festgestellt der Angeklagte hat recht sie hat die SDPO nicht richtig gekannt natürlich hätte sie aussetzen müssen wenn der Anklagevorwurf verändert wird das steht sehr eindeutig im Paragraf 265 allerdings liest sie den jetzt nicht nur nicht vor sondern fällt gleich einen beschluss beschluss zu einem aussetzungsantrag den der angeklagte ja nie gestellt hat das war völlig eindeutig und lustigerweise merkt die richterin das auch dann nach ein bisschen geplänkel noch selber nämlich dass zum beispiel der staatsanwaltschaft noch nicht mal stellung genommen hat aber der hält natürlich zusammen mit dem rechtsbeugenden gericht der angeklagte nutzte die pause um dem publikum die rechtslage zu diesem punkt zu erläutern am ende verlas er den paragrafen auf den er sich gestützt hatte mit seinem aussetzungsantrag währenddessen kam die richterin wieder in den saal das ist ja schon noch geil also ich hole meine stpo um ihm etwas vorzulesen dann tut sie es nicht also sie hat ziemlich abgefahren werden nicht auf grund eines anderen als des in der gerichtlich zugelassenen Anklage an geschloss gesetzes verurteilt werden ohne dass er zuvor die veränderung des rechtlichen mit den punkt besonders hingewiesen und die gelegenheit der verteidigung gegeben muss ebenso ist zu verfahren wenn sich erst in der verantwortung vom staat gesetz besonders vorgesehen durch bestände ergeben welche die strafbarkeit erhöhen oder die anordnung einer maßnahme oder der nebensraße oder nebensraße der kärle bestreitet der angeklagte unter der behauptung auf die verteidigung nicht genügend vorbereitet zu sein nur die hervorgetretene Umstände welche die anwendung eines schweren staatlicher den angeklagten zulassen als das in der gerichtlich zugelassenen ansage eingeführten oder die zu denen im absatz 2 vorgewerkstätten so ist auf seinem antrag die hauptverhandlung auszusetzen das jetzt die vorgeräte ermahnung ist auch besser so im ersten prozess fiel hingegen ein sehr unterschiedlicher umgang mit den zeugies auf obwohl die dann ja gar nicht gehört wurden sehr lange beschäftigte sich das gericht mit einer zeugin die selbst bei der aktion dabei war die art wie dabei vorgegangen wurde enthielt bereits einige erstaunliche punkte so zeigt sich im verlauf sehr deutlich dass das gericht eigentlich die zeugin bestrafen möchte so führt dem staatsanwalt aber diesen antrag und der macht es auch ganz brav dann handelt es sich um einen antrag bei dem die angeklagten und die verteidigung das recht auf stellungnahmen haben aber sie werden gar nicht gefragt das gericht kungelt alles mit der staatsanwaltschaft aus und geht darung ausweislich der zustellungsurkunde vom 9.9. des letzten jahres das ist Bandirnisch 2 Platzhaltsflügel mit 1 hier ist es Bandirnisch 2 bei 142 verachten nicht erschienen ist sie festlegen um 12.08 getroffen auf die Frage an die angeklagten und auch an die Zuhörer ob von einem der Personen heute hier gesehen wurde kam von keiner Person eine jahre antwort ich habe mitgeteilt dass mit anwaltlichem schriftsatz vom 11.10. des letzten jahres Bandirnisch 2 bei 148 der Akten mitgeteilt wurde dass die Zeugin sich in Costa Rica befinden und den Termin nicht wahrnehmen können mehrere Gründe wurden diesem anwaltlichen schriftsatz nicht mitgeteilt weitere Ausführungen oder Anlagen enthielt der schriftsatz nicht kam weiter mitzuteilen dass die Zeugin nach dem Eingang dieses anwaltlichen schriftsatzes nicht abgeladen wurde aufgrund ihrer Pflicht zu erscheinen und dem Anwalt der Zeugin rein vorsorglich nochmal am vergangenen Donnerstag per Fakt als auch Telefon mitgeteilt worden ist dass die Zeugin zu erheim haben und der Anwalt mitgeteilt habe die Zeugin hätte sich weiter in Costa Rica auch Ich gebe den Staatsanwalt Gelegenheit zur Stellungnahme auch den Angestagten soll ein Antrag an dieser Stelle getätigt werden bislang ist Frau unentschuldigt nicht erschienen wird ein Antrag auf Händelung eines Ordnungs Selbstbeschäfts Es ist ordnungsgemäß geladen in den Liefkasten wenn ich das richtig sehe ergibt die Anwalt hat das mitgeteilt im Oktober mit Schriftstags vom 11. 10. 22. Aber die Zustellung ergibt eine Ladung Ich habe sie hier vor und zwar ist auf der Zustellung vermerkt die Übergabe in einem zur Wohnung über den Kasten eingelegt und zugestellt ist damit eine ordnungsgemäß Zustellung über aufteilte Zeitpunkte Zeiträume wissen wir nicht wie die Zeugin bekommen ist möglicherweise auch wegen die wir alle nicht kennen vielleicht auch ganz ordnungsgemäß mit dem Flugzeug ich weiß es nicht genau jedenfalls hält sie sich in Costa Rica auf so die Mitteilung genau vorhin wird uns wie gesagt die Stadtrat schreit davon aus dass sich die Zeugin natürlich teilgenommen hat im Reganum hier das übliche Ordnungsgeld 150 Euro zwei drei Tage hat die dann ja nach dann weiter nach weisen wenn denn ein aktueller Aufenthaltsort zurzeit hat kann man davon ausgehen dass der Aufenthaltsort entweder in Costa Rica ist oder dort vielleicht ist sie auch schon wieder zurück man weiß es nicht wollte es nicht hier dort ist wo sie geladen wurde wenn ein aktueller Aufenthaltsort bestandskräftig in den wurde gegebenenfalls auch vorzufüllen wird auch das beantragt wir nehmen das Protokoll der Staatsanwalt beantragt die Verhängung eines Offizierens gegen die Zeugin ich gehe davon aus die über einzelne Position und das ist so weit der Umgang mit einer Klimaschützerin als Zeugin tatsächlich aber sind sehr viele Zeugis nicht gekommen aber die die den Klimaschützis zugerechnet wird die muss bluten alle anderen wenn die nicht kommen das ist völlig okay niemand stellte einen Antrag und es passiert auch nichts Noch besser ist das zu sehen als als ganz am Ende des Prozesses die Zeugis noch mal reingerufen werden um sie zu entlassen und da sind nur noch zwei da alle anderen sind unentschuldigt verloren gegangen aber nie Und Sie können Ihre Kosten, die Sie geltend machen wollen, geltend machen, indem Sie sich unten im Amteneingangsbereich bei den Kollegen eine Kassenanweisung abholen. Das ist Ihnen vorbereitet. Vielen Dank, dass Sie da waren. Kann ich noch mal noch Ihren Namen fragen? Ja. Und Sie? Danke, dass Sie da waren. Das Bemerkenswerteste im Umgang mit der zu den Klimaschützis gezählten Zeugin ist aber etwas anderes. Beide, Staatsanwalt und Richterin, lästern über die Tatsache, dass die Person offensichtlich sich in Costa Rica aufhält und hetzen indirekt dabei über Klimaschutz, indem sie die Person lächerlich machen. Diese Passagen hier nochmal direkt aneinander geschnitten, denn sie verweisen auf den offensichtlichen Grund, warum dieses Spektakel hier so abläuft und woher die Staatsanwaltschaft und das Gericht ihren Hass gegen die Aktivistis haben. Über aufteilte Zeitpunkte, Zeiträume wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie die Zeugin auf die Zoll gekommen ist. Das ist möglicherweise auch wegen, die wir alle nicht kennen, vielleicht auch ganz ordnungsgemäß mit dem Flugzeug. Ich weiß es nicht genau. Die Staatsanwaltschaft nun wirklich auch mit Erstaunen so kennenlernen, dass sie vor dem außereuropäischen Ausland aufhält und ich darf nicht davon ausgehen, dass sie da hier nur noch zwei Regeln. Das Leid ist ja gesegelt. Man kann segeln, man kann leidenspielen. Der Umgang mit der Zeugin, die Klimaschützerin ist, ist nur ein besonders auffälliges Beispiel, was eigentlich hier hinter diesem Strafprozess steckt. Nämlich ein ideologischer Kampf gegen Menschen, die die Welt lieber retten wollen als Propheten und Herrschaft. Das sehe ich ganz genauso, wie sie sind alles für Klimaschutz. Leider ist es so, dass sie sich damit in so eine bisschen witzige Ecke bringen und das finde ich total schade. Aber das müssen sie selber wissen. Wenn sie meine Tochter werden, ich habe eine Tochter in meinem Alter. Macht das nicht zu fangen, Herr Lunder. Bitte zu Protokoll geben, dass Herr Lunder gelacht hat. Wären Sie meine Tochter, sowas sage ich übrigens für den Angeklagten immer. Nicht wählen Sie meine Tochter, sondern einfach einen Ratschlag von mir, der Ernst gemeint. Sie können ja damit machen, was Sie wollen, Sie können nur drüber lachen, wenn Sie wegschmeißen. Dann würde ich sagen, juristisch gesehen, was ich persönlich von Ihren Zielen halte, hat ja hier keine Rolle zu spielen. Ich erlaube mir mal den Hinweis, was keiner hier im Saal gegen Klimaschutz ist. Aber ich muss es ja juristisch machen, das ist mein Job. Ich würde mich gerne mit Ihnen privat irgendwo mal hinsetzen und mit Ihnen privat sprechen. Vielleicht auch meine Ideen mitteilen. Aber das darf ich hier nicht. Ich muss das außen vor lassen. Und wenn ich meinen Job hier mache und das juristisch bewerte, muss ich Ihnen sagen, dass es juristisch schwierig sein wird, davon runterzukommen. Das ist nur ein Hinweis. Und dass es mir in der Seele wehtun würde. Ich meine das ganz ernst. Sie können das kritisch finden oder nicht. Auch Richter meinen Dinge ernst. Sie wollen ernst genommen werden. Sie wollen auch mal authentisch sein. Und es würde mir natürlich wichtig, wenn Sie hier mit Beziehungskosten belastet werden, Sie ganz anders ausgehen. Das ist mein ernst gemeinter Ratschlag an Sie, die Beziehung zurückzunehmen und weiter für Ihres Schluss zu kämpfen, Aber nicht mit irgendwelchen Aktionen, wo Sie sich gegebenenfalls was vormachen könnten. Das gibt es nicht. Ich wusste nicht, dass das nicht immer steht, würde ich sagen, um zu führen. Aber es scheint mir zu sein. Reicht diese ideologische Ausrichtung aber als Erklärung dafür, wie sie im Prozess vorgegangen ist? Wie arrogant? Selbstüberschätzend? Und das sowohl in Richtung der Angeklagten wie auch des Publikums? Hier eine Passage aus der Verhandlung, kurz nach dem Rauswurf des Angeklagten im zweiten Prozess. Ich könnte aber auch eigentlich direkt das Urteil verlesen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so ein großer Unterschied. Wir nehmen zum Protokoll. Die Person, die Person mit dem roten T-Shirt. Ich glaube, der liegt noch draußen in dem Kistchen. Sie können eigentlich gleich das Urteil verkünden. Ich ermahne Sie ein letztes Mal. Das wäre ein Verfahrensökonomisch wertvoller. Weil, also auch die Laufung des Angeklagten hätte man sich jetzt mit der Nummer nie sparen können. Ausweispapier im Generalausweis ist der Name. Ja, da weiß ich noch was. Das ist eigentlich echt, weil wir hier Family. Ja, ich glaube, wir werden nicht mehr Family. Die böse Großtante, die alle in den Kerker sperrt oder was. Ja, genau, gleich fährt ich auch in den Kerker. Und dann sind wir Family da unten. Ja, klar. Ich beantrage den Herrn von der Sitzung aus zu schließen. Der stirbt permanent. Das würde doch dann gerne laut der Sitzung statt. Also wer am meisten die Sitzung stellt, ist Bock haben. Ja, also das ist auch gut, so. Ich bin aber hier. Ich habe es mal festgestellt. Dankeschön. 11.05.1996. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das Dumme ist nur, Sie können ja die SGBO alle anders auslegen als wir. Das Dumme ist nur, das war ja bei Ihnen damals auch so. Das ist echt das, was ich nicht verstanden habe. Sie wussten ja gar nicht, wie wir die Sache sehen. Das wissen Sie auch heute. Vielleicht hätten wir viel weniger, vielleicht hätten Sie freigesprochen damals. Das ist wirklich so. Das hat mich persönlich so ein bisschen gewundert, dass ich dachte, Sie legen ja Berufung ein, genauso wie Herr Bergstedt. Und wissen gar nicht, Sie greifen ein Gericht von vorne an an, wo Sie gar nicht wissen, ob wir nicht Sie vielleicht freigesprochen haben. Das mag ja sein, dass Sie uns auch... Und jetzt haben wir hier eine Verhandlung, wo Herr Bergstedt seine eigene Berufung boykottiert. Ich meine, das ist ja falsch. Weil es gibt nun mal Vorschriften, und die lauten, das wissen Sie alle selber. Das ist schon... Man muss dann halt einfach mal kurz so ein paar Formalien über sich ergehen lassen. Ich würde ja auch gleich am liebsten mit Ihnen quatschen. Am liebsten wir hier Kaffeetrinken gehen und mit Ihnen über Klima unterhalten. Nützt dabei nichts. So, jetzt haben wir die Formalien, die müssen wir weiter einhalten. Die Vorsitzende machte Ausführungen. Aber es bringt nichts, weil die Formalien sind da, und wenn wir die nicht einhalten, dann kommen wir halt nicht zum Verhandeln. Und wenn wir nicht zum Verhandeln kommen, können wir die berufen, wie Herr Bergstedt ja selber möchte, gar nicht durchführen. Und das finde ich echt, muss ich ja echt sagen, egal wie auch immer Sie das sehen, ich bin ja für Sie, ich spreche ja in den Kerkauf, klar, kann ich ja nur noch lachen, aber das finde ich so schade. Das finde ich echt schade, dass ich gar nicht dazu komme, meine Meinung, vielleicht auch zu Herrn Blasis Äußerung oder zu den Verhalten der Polizei zu sagen, weil von Anfang an ja gesagt wird, dies Jahr sowieso, das wissen Sie doch gar nicht. vielleicht haben wir nach Abnage und dann auch nachher, eine ganz andere Aufgabe, ich schaffe es ja gerade. Sie hatten im Prozess, meine Angeklagten gesagt, Sie sollen Ihren Rufungen zurückziehen, weil das sehr teuer für Sie wird. Sie haben vorverurteilt. Und jetzt, ja, das können Sie, das wissen Sie dabei. Das haben Sie gesagt, ich saß dabei. Ja, ja, das ist schön, dass Sie das alle so gesehen haben, Sie legen sich auch ein paar Sachen so zurecht, aber es nützt nichts. Wir brauchen, ich bin gar nicht dazu gekommen, ich habe auch die Kosten hingewiesen, das mache ich bei jedem Angeklagten, bei jedem. Wenn wir das durchführen, wir wissen nicht, wie es ausgeht, das ist echt so. Das können Sie mir jetzt abnehmen, oder nicht. Ich wünschte nur, Sie würden es mir glauben. Das ist mir eigentlich, ich frage mich selber, warum es mir wichtig ist, dass Sie mir das glauben, aber in jeder Berufungssache, kommen Sie einfach mal und setzen Sie sich in die Hand. Egal, wie es auch, sage ich, ich will Sie nur darauf hintern, überlegen Sie sich, ob die Berufung wirklich durchgeführt werden soll. Weil wenn, entstehen für Sie ja das Abmachland, Sie haben nicht gesagt, wenn. ganz erhebliche Kosten. Und ich würde es mir an Ihrer Stelle gut überlegen, weil tatsächlich, wenn ich nicht Freispruch im Himmel hängen sehe, finde ich, ist es meine Pflicht, auch hinzuweisen. Aber irgendwie wollen Sie es nicht bereiten, was macht ich auch nicht. Gehen Sie doch dann wieder zu Ihren Fortbildungen, wie man Gerichtsverfahren boykottiert, und hängen Sie Frau Bockhamel bei Twitter auf und so. Ich meine, wenn Sie so viel Zeit haben, das zu machen, das ist ja schon fast am Gesandten. Ich finde das echt ganz cool, sowas hatte ich vorher noch nicht. So, jetzt machen wir die Sitzung weiter, aber vielleicht kühlen wir uns ein bisschen ab. Herr Kuhler, soll ich Sie auch wieder rauschen? Muss das echt sein? Nee, das muss echt nicht sein. Na eben, dann sagen Sie doch einfach mal leise. Lassen Sie uns doch einfach mal nach. Ich gucke die Zeugen jetzt mal an, sonst komme ich doch gar nicht dazu, das mal zu bewerten, ob ich das auch so sehe. Man hätte ja auch mal die Frau Haie. Wenn Sie jetzt nicht gut sind, schmeiße ich Sie raus. Ich schmeiße Sie raus. Schmeißen Sie mich doch raus. Muss, wollen Sie das jetzt wirklich? Dann sind Sie wieder unten. Das ist doch so doof. Das ist doch alles sprach. Es ist doof, was die letzten zwei Stunden hier passiert. ist, also man, natürlich muss man sich ja manche Formalen halten. Stopp jetzt! Die Ladung der Verteidigung. Wer bei der? Wer ruft jetzt der in Blasen rein? Wenn Sie nicht Ihren Mund halten, dann kommen Sie in den Kerker. Ja, ist klar, aber so. Warum dürfte der angeklagte einen Antrag bestellen? So. Weil wir sind hier nicht beerdigt. Herr Blasen. Wir sind aber hier auch nicht, also wir sind aber hier nicht vor Gericht. Herr Blasen, Sie bleiben bitte noch mal draußen. Ich will das jetzt wirklich noch mal dann. Wir sind auch geordnet. Die Verhandlung war jetzt noch nicht so ganz, wie wir unterbrechen. Die Überheblichkeit von Bock Hamel ist bemerkenswert. Vor allen Dingen angesichts dessen, dass sie sich in der SDPO ja augenscheinlich wirklich nicht auskennt. Der Angeklagte nutzte eine Pause, um dem Publikum noch ein anderes Erklärungsmodell zu präsentieren. Ich hatte das ja schon gesagt, so ein Verhalten ist typisch für den Genuss von Kokain. Das ist Kokain-Genuss unter Richterinnen sehr verbreitet. Der Drogen führt zu erheblicher, enormer Überheblichkeit und Selbstüberschätzung. In meinem eigenen Film ist das noch alles total toll beherrscht. Weil ich jetzt gegen die Fission der Film war. Trotzdem oder deswegen ihr berufliches Umfeld scheint die Richterin Bock Hamel mit dieser arroganten Weise stark zu beeindrucken. Frau Bock Hamel ist die Sie sitzen nicht so auf Zeige sondern das ist die Verständnisvollste Richterin die werden schicken können. Die werden schicken können. Also es gibt vielleicht noch aber es gibt also die Produkte wissen das Frau Bock Hamel ist eine sehr verständliche Frau mit der man sehr zu die Rieskrank und die Frau ist schon in anderen zu 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 die Hübschen gefördert wird das alles dadurch dass eine solche Person erlebt wie alle sich ihr gegenüber unterwürfig verhalten damit fühlt sie sich bestätigt und glaubt dann erst recht ganz toll zu sein auch das erklärt der Angeklagte dem Publikum in einer Pause Und so funktionieren halt hierarchische Systeme dass es lauter Untergebene gibt die alle die Rädchen im System vor sich hin arbeiten und keiner selber denkt und deshalb wirkt es so als wären sich alle eigentlich es liegt aber nur daran dass sie wie die Borg gerade gedanklich an der Leitung der Vorsitzenden hängt nicht weil sie so schlau ist sondern weil sie oben steht vor der Schwung oder denken aber dann schweigen das könnte auch sein dass dem Staatsanwalt völlig klar ist natürlich ist dem das klar wer das ja mal studiert auch wenn er das mal zu vergessen hat aber natürlich ist dem völlig klar dass die Rechtsfolge nicht aneinander waren die Menschen damit lebt die Menschen damit lebt das ist ja auch das kennen wir ja auch aus der Geschichte das ist ja auch viel schlimmer alles gewesen dass sich Menschen an die Brutalität ihres Lebensalltags gewöhnen und das irgendwann mal nicht mehr reflektieren verurte es dann Leute also ich will das jetzt wirklich nicht vergleichen aber du stehst irgendwann an der Selektionsrampe und machst das und dann stellst du dir auch die Frage die kommt nicht da mit Leben die machen das und irgendwann machst du das schematisch vor dich du bist Rädchen im System das sind keine Arschlöcher vielleicht kann man wenn das dein mein Nachbar wäre vielleicht könnte ich mit dem ganz gut auskommen aber hier ist da Rädchen im System er funktioniert einfach nur Beide Prozesse gingen ohne Urteil zu Ende der erste weil die Richterin angesichts fehlender Angeklagter und fehlender Zeugis das Gerichtsverfahren nicht mehr weiter durchführen wollte und es auf unbestimmte Zeit unterbrach entgültiger dann das Ende im zweiten Prozess doch leider gelang es nach der Mittagspause nicht mehr das Aufnahmegerät mit in den Gerichtssaal zu bringen damit verpassen wir in dieser Dokumentation das interessante Ende denn das Gericht kam nach der Mittagspause in den Saal und fing an mit der Staatsanwaltschaft zu debattieren ob sie den Prozess über weitermachen wollten und ihr Argument war dass der Angeklagte diesen Prozess als politische Bühne missbrauchen würde und sie dazu keine Lust hätten das zeigt sehr eindeutig dass eine offensive Prozessführung genau den Effekt erzielt den es erzielen soll nämlich dass man entweder den Gerichtssaal zu einer politischen Bühne macht und das staatliche Handeln hinterfragt oder dass die Gerichte dann keine Lust mehr darauf haben und Verfahren einstellen so kam es da der Angeklagte einer Einstellung zustimmen musste in diesem Verfahrensstadium wurde er nochmal hervorgeholt aus seinem Kerker und ihm wurde gesagt dass das Verfahren eingestellt werden sollte er stimmte zu und gab noch einmal eine Erklärung ab dass dieses Verfahren wirklich völlig überflüssig sei und die alberne Wolfsburger Polizei allzu schnell eingeschnappt ist und sich wohl nach ihren ruhigen Zeiten ohne politischen Protest zurücksehen würde ansonsten gäbe es aber andere Auseinandersetzungen die wichtiger wären und so war der ganze Spuk nach einem völlig überflüssig aggressiven Tag einfach zu Ende doch Bockhamel wäre nicht Bockhamel wenn sie nicht auch nach dem Ende der jeweiligen Verhandlung noch eine Absurdität zu bieten hätte in beiden Fällen erlaubte sie den Angeklagten nach Ende der Verhandlung also einmal nach der Aussetzung und einmal nach der endgültigen Einstellung dass sie ihre Anträge stellen sollen wie das strafprozessual zu erklären ist wusste in dem Moment dann auch niemand aber im ersten Fall stellten die Angeklagten tatsächlich ihre Anträge die sie vorbereitet hatten und zwar eben nachdem das Verfahren ausgesetzt wurde und im zweiten Fall verzichtete der Angeklagte für diesen zweiten Fall gibt es ja keine Audi-Aufnahme für den ersten aber schon wollen sie jetzt zu diesem Zeitpunkt Anträge stellen wir haben die Haupthandlung ausgesetzt sollen Anträge zur Suche für Herrn eingereicht werden ja es gibt Anträge die noch nicht gehört wurden die können sie dann jetzt einreichen aber die Haupthandlung ist ausgesetzt da wird dann im Zweifel jetzt in der Zeit darüber entschieden werden ich weiß nur nicht wie sie es handhaben wollen wenn die Haupthandlung ausgesetzt wurde ob die Anträge ich weiß ja nicht um was für Anträge jetzt zu hören ob die Sinn machen ob sie die alle so stellen wollen können sie gerne tun dann würden wir das jetzt entgegennehmen oder ob sie im Hinblick auf die Aussetzung irgendwelche Anträge nicht mehr brauchen das weiß ich nicht kann ich nicht dann halten wir fest die Verhandlung muss ausgesetzt werden damit Prozesse alle Rechte wahrgenommen werden können spannend es wurden dann noch eine Weile Anträge vorgelesen und dann war es wirklich vorbei der zweite Prozess ja sowieso und endgültig wie es weitergeht wissen wir nicht aber eines wissen wir schon Bockhamel macht den gleichen Fehler wie im ersten Film der Herr Witzel in Arroganz und Selbstüberschätzung stellte die Justiz eine Anzeige gegen einen der Angeklagten wegen dessen vermeintlicher Formulierung elendige Rechtsbeugerin das wird ein interessantes Verfahren denn in diesem Verfahren wird nachzuweisen sein dass die Aussage schlicht stimmt und dann ist es auch keine Beleidigung Bockhamel wird erleben wie es ist auf dem Zeuginnenstuhl zu sitzen vor den Angeklagten befragt zu werden und diesmal nicht einfach nach Willkür die rauszuschmeißen die sich ihr nicht unterwerfen sie glaubt sich durchsetzen zu können mit der Allmacht in der Robe und ihre Kritikerinnen oder die Ungehorsam jetzt auch noch in den Knast zu bringen mal sehen wie stark sie sich irrt mit der Allmacht Und eine Frage bleibt doch. Wird uns die Richterin Bock-Hamel jemals offenbaren, an welcher Uni, in welchem Land oder auf welchem Planeten sie dieses Rechtswissen erlernt hat? Untertitelung des ZDF für funk, 2017